Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. I have the high ground, hieß es vor mittlerweile 17 Jahren. Als Obi-Wan Kenobi und Vader das letzte Mal aufeinandertrafen. Und ja, warum schlagen wir hier wohl den Bogen zu dieser Stelle? Das werden wir vielleicht noch herausfinden innerhalb dieser Folge. Ich bin jedenfalls einmal mehr der Dom vor dem Mikrofon. Und an meiner Seite ist mein Stormtrooper-Weggefährte Christopher zum einen. Hello there. Und dann haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Ich glaube, ich mache heute zum zweiten Mal was mit ihr. Ja, aber es freut mich sehr. Die Prinzessin Alderans, Britt-Marie. Hi. Hallo. Ja, sehr cool, dass du dich bereit erklärt hast. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich richtig drauf. Ja, ich weiß nicht. Sonst kannst du ja mal so in Kürze sagen vielleicht, wie du überhaupt so allgemein, also du mal wirklich ganz kompakt zum Star Wars Franchise stehst. und wie auch vielleicht die ersten beiden Folgen dir so gefallen haben. Das ist ja eine stetige Diskussion, die ich führe. Meine Zusammenfassung ist immer so, ist es eine Sci-Fi-Serie und hat es das Wort Star im Titel, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es liebe. Und das ist bei Star Wars auch der Fall. Ich bin auch ein großer Star Trek-Fan und ich mag auch Stargate. Und naja, aber Star Wars eben auch schon, auch schon seitdem ich Kind bin, tatsächlich das erste Mal auf Deutsch auf ProSieben geguckt. Und Obi-Wan Kenobi ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ich mochte die immer sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mich extra gefreut, dass jetzt endlich die Serie kam, auf die ja irgendwie auch alle gewartet haben. Und ja, und die ersten beiden Folgen haben mir gut gefallen. Also ich bin wirklich positiv gestimmt. Und vielleicht, ich vergebe vielleicht auch das eine oder andere ein bisschen eher, weil ich einfach Ewan McGregor so gerne mag, also Obi-Wan Kenobi. Ja, so sieht es mit mir und Star Wars aus. Sehr schön. Dann passt du hier eigentlich wunderbar rein, wobei ich mir jetzt gerade die Frage stelle, guckst du wohl auch, ich weiß nicht, gibt es nicht auch eine Serie namens Stargirl? Ich glaube schon, oder? Ja, das habe ich natürlich auch gesehen. Ja, das war sehr unterhaltsam. Es war jetzt also, man, ich sage mal so, man muss sie nicht gesehen haben, aber ich fand sie sehr unterhaltsam trotzdem. Es ist aber, glaube ich, keine Science-Fiction-Serie, oder? Nee, Superhelden, also mehr so MCU-mäßig. Ja gut, ja, dann Miss Marvel ist ja, glaube ich, auch schon am Horizont. Aber gut, da bin ich raus. Ja, ja. Ja, schöne Grüße an Patrick und Sam von den Marvel Recaps. Was man vielleicht dann im Hinblick auf die erste und zweite Folge noch mal ansprechen könnte, beziehungsweise was du ja gerne ansprechen wolltest vielleicht auch. Also, wir waren ja in unseren Recaps auch relativ wohlwollend. Also, ich muss dazu sagen, die ersten beiden Folgen fand ich beide recht solide. Jetzt nicht überragend oder das beste Star Wars, was ich je gesehen habe. Aber grundsolide. Und das kann ich schon mal sagen, da pendelt sich die dritte Folge auch irgendwie ein, mehr oder weniger auf dem Level. Wenn man dann aber so ins World Wide Web guckt, sind die Reaktionen tatsächlich erstaunlich durchwachsen und in Teilen schon wirklich negativ. Und ja, gut, ich muss sagen, wir haben manche Sachen, die da angebracht wurden, hier im Recap vielleicht auch nicht so aufgegriffen. Vielleicht mal so ein Ansetzen. Ich hab mir auch manche Sachen noch mal angesehen. Aber so im Großen und Ganzen kann ich jetzt so diesen Missmut online nicht verstehen. Ich weiß nicht, Christopher, was hast du davon so mitbekommen? Nicht viel, ehrlich gesagt. Ich hatte mir unsere Recaps noch mal angehört, kurz reingehört. Aber ich hab mich, ehrlich gesagt, mit dem Internet-Echo gar nicht beschäftigt. Ich hab halt nur halt den ganz besonders kritischen Punkt mitbekommen. Halt, dass eine bestimmte Ecke des Fandoms mit der Besetzung einer bestimmten Schauspielerin nicht einverstanden war. Aus mal wieder restlos dämlichen Gründen. Aber ich hab mich mit den weiteren Rezensionen nicht weiter beschäftigt. Ja, Britt-Marie, ich glaub, du bist ja auch eher, wie ich, so ein bisschen auf Twitter unterwegs. Wie nimmst du das wahr aktuell? Naja, jeder strickt sich ja seine Bubble. Ich auch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob mir so viel Negatives in die Timeline tatsächlich reingespült wird. Es war durchwachsen, das hab ich auch festgestellt. Wobei in meiner Bubble es doch durchweg positiv, das meistens positiv bewertet wurde. Ich glaube, was viele Star Wars vorwerfen und jetzt eben auch Obi-Wan Kenobi ist, im Grunde das, was du auch gesagt hast, wurde hier Star Wars neu erfunden? Nein, natürlich nicht. Und sind Dinge vorhersehbar? Ja, das sind sie. Aber das waren sie meines Erachtens nach. Und es kann sein, dass mich jetzt alle hassen, wenn ich das sage. Aber das waren sie bei Star Wars immer schon. Star Wars war immer ein, ich sag jetzt mal, ganz simpel, schwarz-weiß Märchen. Natürlich gibt es mittlerweile auch Grautöne etc. etc. Klar. Aber grundsätzlich bedient Star Wars bestimmte Klischees auch und bestimmte Tropes. Die erwarte ich auch, wenn ich Star Wars schaue. Und die habe ich auch von Obi-Wan Kenobi erwartet. Und die habe ich bekommen. Und deswegen fand ich den Einstieg gut. Natürlich macht es nochmal extra Spaß, wenn die Story sehr clever ist oder wenn bestimmte Dinge nochmal extra besonders erzählt werden oder so. Aber grundsätzlich habe ich das bekommen, was ich erwarte. Und dazu gehört halt ein Obi-Wan Kenobi. Gut, Obi-Wan Kenobi ist jetzt ein bisschen desillusioniert. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dazu gehört halt, dass ein Abenteuer erzählt wird, dass sie in Situationen kommen, wo sie vielleicht auch mal kämpfen müssen, dass wir jetzt auch Lea dabei hatten, war ja auch eine sehr schöne Geschichte. Also so ein klassisches Abenteuer. Und das habe ich alles bekommen. Deswegen war ich zufrieden. Ja, Lea, da ist ja auch viel Kritik an dieser Kinderdarstellerin, was ich nicht nachvollziehen kann. Das haben wir ja auch in unserer letzten Folge gesagt, dass diese Rolle zwar von dem her, wie sie geschrieben ist, durchaus so, ja, sage ich mal, Kindernervpotenzial haben könnte. Aber dass das für mich persönlich eigentlich gerade durch diese Darstellerin aufgefangen wird. Und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Was ich dann schon eher so ein bisschen nachempfinden kann, ist halt die Kritik an der Inszenierung von Deborah Chow. Da sind ja so manche, also ja, diese Verfolgungsjagd in der ersten Folge, die ist schon ein bisschen komisch. Und man muss sagen, so die Action-Momente, das schleicht sich selbst noch hier mit rein. Aber, ja, ich habe da auch das Gefühl, dass da auch toxischer Anteil der Fangemeinde ist, der irgendwie ein Problem damit hat, dass jetzt hier eine Frau auf dem Regiestuhl sitzt, ne? Also wenn du von der Verfolgungsjagd sprichst, dann meinst du die Verfolgungsjagd von Lea, als die drei Kidnapper versuchen, sie zu ergreifen im Wald, oder? Genau, genau, richtig. Ja, das ist die, die so viel Kritik abbekommen hat, was ehrlich gesagt an mir völlig vorbeigegangen ist. Und da habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich die Szene gesehen habe, naja, also die stellen sich schon ein bisschen dumm an, dafür, dass es drei erwachsene Männer sind, die eigentlich ein bisschen schneller rennen können. Aber auf der anderen Seite, was Lea ganz clever gemacht hat, sie hat halt die Schlupfwinkel ausgenutzt. Das heißt, sie kann halt unter einem querliegenden Baum schneller durchflitzen, als jemand, der groß ist, der dann eben drüberhüpfen oder an der Seite vorbeilaufen muss. Also das ist schon, irgendwie kann man sich das erklären. Aber das ist zum Beispiel auch was, hallo, das ist Plot-Convenience. Plot-Convenience haben wir in jeder Serie. Und in Star Wars, finde ich, haben wir das sehr, sehr häufig. Und warum das jetzt ausgerechnet angekreidet wird und das dann in Kombination auch mit diesem Hass auf diese Kinderdarstellerin, ganz ehrlich, da geht mir die Galle hoch. Das kriege ich, das geht gar nicht. Also ich fand's schon so schlimm. Ich weiß, dass viele, also ich hab immer Jack Lloyd im Hinterkopf, der ja wirklich richtig, also der wurde aus dem Schauspielberuf rausgemobbt. Was dann aus ihm wurde, als er erwachsen geworden ist, das ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich, was da abgegangen ist damals, das ist halt überhaupt nicht tragbar. Und ich gucke mir das jetzt hier an und sitze hier und denke mir, hat das fucking, sorry, wir sind gar nicht explizit, hat das Fandom nichts, nichts gelernt. Nichts gelernt. Ja, es gibt immer toxische Teile des Fandoms in jedem Fandom. Aber ich finde, und ich weiß nicht, warum mir das so deutlich im Star Wars Fandom immer auffällt, ich finde, das Star Wars Fandom ist besonders laut, wenn es zum toxischen Teil des Fandoms kommt. Und dazu gehört nicht nur, dass eben Vivian, Lyra, glaube ich heißt sie genau, fertig gemacht wird, sondern zum Beispiel auch jetzt eben die ganze, ich sage jetzt mal, sorry, jetzt sind wir schon explizit, jetzt bleibe ich dabei, Rassismus-Scheiße mit Moses Ingram, genau, was überhaupt gar nicht geht. Das sind Dinge, ach, ich weiß es nicht, es regt mich auf. Und ich meine, das ist im Star Wars Fandom auch nicht das erste Mal. Wir denken an Rose, wir denken an, ach, wie heißt der hier, der, unser Jedi-Ritter aus den neuen Star Wars Filmen und der schwarze Schauspieler. John Boyega, nur er war Kajidi. John Boyega, genau. Das ist in Disney Kings, du fährst. Ja, genau. Der auch. Und was haben die alle gemeinsam? Sie sind halt nicht weit. Es ist halt so. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Und dann denke ich mir nur so, Mensch, Leute, also, ja. Wir sind uns alle einig, dass das Mist ist, aber, ja. Und aber was mir halt sehr gut gefällt, tatsächlich jetzt, also nicht die Sache an sich, aber was ich gut finde, ist, ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal, tatsächlich das erste Mal, dass sich hier die Bosse öffentlich vor die Leute stellen zum Schutz. Ich fand nämlich, das waren Dinge, das hat mir bei Rose gefehlt, das hat mir bei John gefehlt, bei Jake Lloyd sowieso. Und diesmal ist es das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass da wirklich jemand öffentlich sich mal hinstellt und sagt, Leute, das geht so nicht. Und das ist eben, ja, das ist ein Ewan McGregor, der sich geäußert hat per Instagram und gesagt hat, er spricht nicht nur als Leading Actor, also als Hauptdarsteller der Serie, ich meine, die ist nach seinem Charakter benannt, sondern er spricht ja eben auch als Excusative Producer und als Produzent der Serie. Und damit macht er sich ja quasi auch zu einem der Chefe hinter der Kamera. Also er ist nicht Disney, aber er ist zumindest das Bindeglied zwischen den Regisseuren und den Mächten hinter der Kamera und dem Großkonzern. Und ich fand das super wichtig, dass er das ganz klar so gesagt hat, und zwar in seiner Funktion als Produzent auch. Und das muss ich sagen, und das hatten wir vorher so nicht. Also wir haben immer nur so vage PR-Statements bekommen. Ich fand auch diesmal, also auf Twitter hatte ich gesehen, dass der Star-Wars-Account, der offizielle PR-Account, auch getwittert hatte, dass Rassismus halt blöd ist. Und ja, die haben aber auch jemanden neuen gekriegt, der macht das seit, ich glaube, seit einem Monat oder so, muss da jemand anders sitzen. Der oder diejenige, neue, neuen, die das machen jetzt, die haben das sehr gut im Griff. Also man sieht, dass der mittlerweile anders bespielt wird. Aber die haben zwar gesagt, ja, Rassismus geht nicht, aber das war auch nur so ein bisschen Wischi-Waschi-Lari-Fari ein Statement und dann war Ruhe. Ja, ja, ja. Und deswegen war das jetzt noch mal wichtig, fand ich, dass Jun was gesagt hat. Ganz, ganz lange Sermon, sorry. Aber das hat mich umgetrieben die letzten paar Tage. Alles gut, nee, bin ich absolut bei dir. Möglicherweise hängt es auch immer damit zusammen, dass ein Fandom eine Weile braucht, um sich an bestimmte Gesichter zu gewöhnen. Und wenn genug Zeit vergangen ist, dann kommt da auch die Nostalgie mit ins Spiel. Und automatisch hat man dann die Popularität auf seiner Seite. Denn wir haben zwei dieser Veränderungen ja miterlebt. Zum einen gab es da ja bei der Star Wars Celebration vor drei Jahren den Fall, da war Armit Best, der Jar Jar Binks-Darsteller, wieder zu Gast, der darüber sprach, dass er ja tatsächlich Selbstmordgedanken hatte wegen dem ganzen Hass, den er abbekam. Und er kam da raus und er wurde wirklich frenetisch mit einem riesen Applaus empfangen. Da merkte man wirklich den Leuten, es tut denen leid. Und sie haben gemerkt, dass sie zu weit gegangen sind. Und jetzt hier in dieser Serie sehen wir das auch. Was bekommt man nicht doch alles mit für, was merkt man nicht, was Hayden Christensen doch für ein positives Echo bekommt. Der wurde auch ohne Ende früher verhasst dafür, wie Hölzern er spielt und was für eine Fehlbesetzung. Aber als es hieß, er ist hier dabei, alle haben sich auf ihn gefreut. Fast genauso sehr wie auf Ewan McGregor. Ja, obwohl du da natürlich mit einbeziehen musst, dass sich da auch die Generationen natürlich verschoben haben. Du hast ja jetzt mittlerweile auch eine Generation, die mit den Prequels aufgewachsen ist. Und dann schält sich mittlerweile auch eine heraus durch halt die Durchwachsenheit der neuen Trilogie, die jetzt plötzlich die Prequels als unterschätzt und missverstanden hinstellen. Die hast du natürlich halt auch noch, ne? Das ist sehr bizarr für mich irgendwo. Ja, es ist auch wirklich, in der Hinsicht ist es auch wirklich, gut, also Star Trek kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich glaube, es gibt wirklich kaum ein Fandom, was so feingliedrig ist in seinen verschiedenen, sag ich mal, Schüben der verschiedenen Generationen, was halt so das Franchise an sich angeht und dessen Werdegang. Was ich ein bisschen nachvollziehen kann, jetzt auch nach den ersten zwei Folgen, und da merkt man auch natürlich, dass hier Rewrites irgendwie oft gezogen haben an einigen Stellen durch Joby Herald. Es fällt schon auf, dass ein Trope wirklich sich durch all diese Star-Wars-Serien zieht, ob es jetzt The Mandalorian ist oder selbst The Bad Batch, dass du immer erwachsene Figuren hast, die irgendwelche kindlichen Charaktere beschützen müssen. Ja, gut, okay. Und das ist schon sehr stark. Und ich nehme an, ich habe auch viele gelesen, die sich beschwert haben, ja, also die ganze Serie hätte nur auf Tatooine spielen sollen und hätte sich nur um Obi-Wan drehen sollen, der mit dem Geist von Qui-Gon redet. Und dann denke ich mir so, ja, genau, noch mehr Tatooine ist das, was wir jetzt brauchen. Also wirklich, ey, nach Book of Boba vor allem. Aber gut, ich würde sagen, da beißen wir uns dann jetzt zu sehr fest. Deshalb würde ich sagen, kommen wir mal zu der eigentlichen Folge. Was ich aber noch anmerken muss, das hatte ich letztes Mal auch falsch gesagt. Es liegen ja 19 Jahre, glaube ich, zwischen Episode 3 und 4. Also wir sind ja jetzt hier genauso auf der Hälfte. Das hatte ich letztes Mal, ich glaube, ich hatte irgendwas mit 30 Jahren gesagt. Das ist völliger Quatsch. Also Obi-Wan Kenobi liegt neun Jahre, ich glaube, neun Jahre für Episode 4 und Star Wars Rebels, glaube ich, 5. Das hatte ich extra nochmal nachgeguckt, weil ich gucken wollte, wann diese Two-Suns-Episode im Verhältnis zu Obi-Wan Kenobi steht. Ja, das ist ja auch ziemlich gealtert, ne? Hm. Das stimmt. Naja, gut, das ist eine Animationsserie. Aber das kann ich tatsächlich, sonst kann man sich die Szene auch vielleicht gerne mal auf YouTube ansehen. Da ist, der Kampf zwischen denen ist unspektakulär, aber der ist gerade so wirkungsvoll, weil er nämlich wunderbar das aufgreift, was du in Episode 1 siehst. Und das Darth Maul ihn eigentlich auf dieselbe Weise töten will, wie er auch Qui-Gon getötet hat. Und dass das diesmal misslingt, weil Obi-Wan nämlich genau weiß, was kommt. Aber hier auch wieder ein Reim zu dem Kampf, den wir jetzt hier in 03 sehen. Da ist es ja genauso. Also der Schüler möchte, dass der Meister so stirbt, wie der Schüler vermeintlich gestorben ist. Ja, also das ist das, was ich meine. Du hast im ganzen Star-Wars-Phänomen, du hast stetig Reime und Spiegelungen. Es ist ganz wunderbar. Ja, ich mag das auch sehr gerne. Aber ich glaube, das ist dann auch ein schöner Punkt, um jetzt in die Folge reinzuspringen. Ja, 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 ja. Ja, ich hatte ja, glaube ich, ich weiß nicht, sonst willst du da vielleicht kurz was zu sagen oder bist du vielleicht daran gewöhnt, weil ich komme nicht drüber hinweg, dass, aber das liegt vielleicht auch am Fremden irgendwie bei mir mit manchen Streaming-Dienst-Serien, dass es heutzutage keine richtigen Intros mehr gibt. Das bedauere ich immer noch. Aber das Problem ist, was ist denn ein richtiges Intro? Also ein richtiges Intro für dich braucht eine Intromusik und eine kurze, ja, also ... Ja, ein Vorspann, ein wirklicher Vorspann. Ich bin da ... Darstelle Einblendungen, Notagen. Ich bin da geschädigt durch HBO-Serien, daran liegt's. Weil die halt noch klassisches Fernsehen sind, aber mir fehlt es trotzdem einfach. Also hier gefällt es mir zwar ein bisschen besser als bei The Mandalorian, da ist ja irgendwie gar nichts zu holen gewesen. Es ist einfach nur stumpf, der Schriftzug. Hier machen sie zumindest ein bisschen was mit und der Schriftzug ist immerhin auch irgendwie markant, aber ... Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, das ist halt deren Stick. Die wollen es so. Aber hier muss ich noch mal sagen, mir hat aber das tatsächlich ganz gut gefallen mit diesen verwischten Sandbuchstaben. Weil es ja natürlich auch, da kannst du ja auch tausend eine Sache reininterpretieren, ob das jetzt eben die Dinge sind, die unter dem Sand versteckt endlich ans Tageslicht kommen. Oder auch die Szene, die wir in Folge 1 und 2 hatten mit den Lichtschwertern, die er ja im Sand vergraben hat. Und dann ja quasi auch noch wieder ins Licht führt. Und dann natürlich auch Licht und Schatten, Versteck und Öffentlichkeit. Also ich meine, hallo, schwarze Seite, weiße Seite, Jedi und Sith. Also da kann man ja nicht tot interpretieren. Sehr süß übrigens auch das I von Kenobi als Lichtschwert. Fand ich sehr nett. Sehr toll, das mag ich auch sehr gerne. Das fiel mir auch schon in der Promo auf. Ja, und dann springen wir zu meiner Freude eigentlich wirklich ... Ja, also es liegt natürlich ein bisschen Zeit dazwischen. Aber es ist nicht wie bei The Mandalorian, wo gerne mal der Plot irgendwie zwei Folgen auf Urlaub ist. Sondern hier ist es wirklich so, als hätte man einen großen Film und es geht wirklich nahtlos da weiter, wo wir aufgehört haben. Mehr oder weniger. Obi-Wan ist ja mit Leia entkommen, wie du ja schon gesagt hattest, in diesem einen Schiff von Dayu. Genau heißt der Planet. Also dieser Blade Runner Planet, sag ich jetzt mal, oder Coruscant Light, wie wir ihn ja getauft hatten. Coruscant Dark. Genau, genau. Ja, das passt perfekt. Und er ist jetzt im Frachtraum von diesem Schiff und ist noch ziemlich, ja, durch den Wind, sagen wir es mal, von der Erkenntnis der Epiphanie eigentlich schon der letzten Folge. Und ja, er ist regelrecht schon im Gebet eigentlich fast schon an Qui-Gon Jinn, der immer noch durch Abwesenheit glänzt. Und ich habe trotzdem immer noch die sehr berechtigste Vorahnung, dass Liam Neeson noch mal ja auftauchen wird. Allein schon, weil jetzt rausgekommen ist, dass er in einer Animationsserie, die nächstes Jahr rauskommen wird, Tales of the Jedi, definitiv als Sprecher zumindest vertreten sein wird. Ich finde, das ist ein gewaltiger Fehler, den die da machen. Ich meine, wie heftiger kann man das denn noch antiesen? Wenn die uns wirklich in jeder Folge den Mund wässrig machen und er betet und er betet und er kommt nicht. Wie viel besser wäre der Effekt, wenn man ihn nur einmal beten sieht und er kann dann sofort die Verbindung zu Qui-Gon herstellen. Aber so ist es ja. Er kommt, Leute. Er ist auf dem Weg. Schon sehr bald ist er da. Könnt ihr ihn schon sehen? Da hinten ist er. Ja, ich stelle mir auch die Frage, warum funkt der eigentlich nicht Yoda an? Ich meine, Yoda wollte ihm das doch beibringen und sagt ja auch nichts. Aber es ist ja so, dass die Aufgabe, dass er sich mit Qui-Gon in Verbindung setzen soll, die hat er ja quasi von Yoda mitgenommen. Das war das Letzte, was er in Episode 3 noch zu ihm gesagt hat. Also du musst das üben. Und wir kriegen hier ja einen Obi-Wan Kenobi präsentiert, der die letzten zehn Jahre sich mehr oder minder vor der Macht verschlossen hat. Der hat sich völlig zurückgezogen. Der hat die Macht überhaupt nicht mehr benutzt. Der hat auch nicht mal irgendwie so vorgefüllt oder so. Der hat also absichtlich alles zugemacht, alle Instinkte, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Deswegen finde ich es auch legitim und verständlich, dass er jetzt in den zehn Jahren, weil man kann sich auch fragen, ach, wieso hat er noch nie mit Qui-Gon gesprochen? Ja, vielleicht, weil er einfach zehn Jahre lang alles komplett ignoriert hat. Wirklich wörtlich Kopf in den Sand. Ja, ja. Nichts gemacht. Und jetzt fängt er eben an und sagt, okay, das war eigentlich die Aufgabe, die ich bekommen habe von Yoda. Und gleichzeitig ist es natürlich in dem Moment auch etwas, das ihm hilft, weil er sich Rat erhofft von seinem alten Meister, weil er dann auch wieder natürlich in die Schülerrolle zurückfällt. Und dass er eben keinen Kontakt mit ihm hinkriegt, das zeigt doch ganz deutlich, wie der psychische Zustand von Obi-Wan Nubius. Und natürlich ist das, da habt ihr recht, natürlich ist das für den Zuschauer doof, dann immer, ja, jetzt hat er schon fünfmal angeteasert, das wird jetzt langsam langweilig. Aber die Tatsache, dass er eben nicht kommt, das, finde ich, sagt so viel aus. Und das wird für mich auch eine der Wendepunkte sein. Ich finde, das ist sehr vorhersehbar, was jetzt eigentlich noch passieren wird, glaube ich. Also zumindest, was Obi-Wan Kenobi angeht. Aber das wird eben eine der Wendepunkte sein, in dem Moment, in dem er seinen Knackpunkt hat und dieses Traumata anfängt zu verarbeiten. In dem Moment wird es ihm auch gelingen, dann mit Qui-Gon in Kontakt zu kommen. Ja. Nein, natürlich im Kontext der Serie und was die Charakterentwicklung betrifft, macht das Sinn. Nur ich, es ist halt einfach nicht clever inszeniert, wenn es um den rohen emotionalen Impact geht, den ein Qui-Gon-Kameo haben könnte. Ich meine, Kameos sind immer effektiv, wenn sie überraschend sind. Das macht eigentlich ein Kameo aus. Deswegen, ich glaube, ich kann mich an kein anderes Beispiel erinnern, wo ein Kameo dermaßen angeteasert wurde über mehrere Folgen hinweg. Es war ja wirklich überraschend. Es ist inszenatorisch ein bisschen unklug. Exakt. Das wäre überraschend. Ja, ich meine, das wäre ja dann tatsächlich, wir reden nochmal am Ende der Serie. Ja. Da kann man jetzt aber eigentlich auch was Schönes aufgreifen, denn das hatte ich ja eigentlich in der letzten Folge. Ja, wir hatten es nicht prophezeit, aber wir waren erst so am Überlegen, weil die zweite Episode, schließt ja wirklich mit einem, ja, Donnerschlag von Cliffhanger, beziehungsweise auch mit einem genialen Schnitt, wie ich finde. Da auch nochmal Kudos an Deborah Chow an der Stelle. Da hatte ich auch erst erwartet, dass, ja, also Hayden Christensen sehen wir wahrscheinlich erst in Folge fünf oder sechs wieder. und da haben wir uns geschnitten, weil parallel zu, ja, Obi-Wans, ja, Flehen eigentlich fast schon, beziehungsweise er versucht ja zumindest zu meditieren, wie man das ja bei Jedi kennt. Also auch halt diese Haltung, ist ja auch angelehnt an den Buddhismus zum Beispiel. Und parallel dazu sehen wir dann ja tatsächlich, ja, Hayden Christensen, beziehungsweise das, was das Make-up von ihm noch erkennbar macht. Und wir erleben hier etwas, was man so, glaube ich, wirklich noch nie gesehen hat. Nicht einmal in den letzten Minuten von Episode drei. Wir erleben eigentlich wortwörtlich, wie, ja, Vader zusammengebastelt wird, ne? Ja, aber so eine tolle Montage vor allen Dingen auch deshalb, weil ich, fand ich hier besonders gut, weil diese ganzen Stimmen unterlegt sind. Also du hast diesen Stimmenteppich von Erinnerungen, der drübergelegt wird über die optische Zusammenschraubung von Darth Vader. Das war, war ganz toll. Das fand ich, war sehr gut inszeniert. Es war wahnsinnig atmosphärisch. Exakt. Die Montage war super. Ein wenig irritiert war ich in der sofort darauf folgenden Szene, wo du Vader in einer Station siehst und er gibt halt klar den Befehl, nach Kenobi zu suchen. Und dann sieht man, was das für ein Planet ist. Und ja, dieses Universum hat viele verschiedene Wüstenplaneten. Vielleicht hat es auch viele verschiedene Lava-Planeten. Aber für mich sah das sehr nach Mustafa aus. Ist es auch. Das wurde etabliert in Rogue One. Stimmt. Dann ist halt Vader wirklich ganz, ganz abgestumpft oder hat im Gegensatz zu Obi-Wan Kenobi kein PTSD. Aber ich würde mich garantiert nicht auf dem Planeten niederlassen, auf dem ich herzlich gegrillt wurde. An seiner Stelle würde ich Abstand davon. Es ist vielleicht eher genau PTSD. Du kannst einfach sagen, er hat den einfach nie wirklich verlassen. Okay. Not. Aber, ja. Das ist irgendwo auch ein Mahnmal ein Stück weit. Aber gut, Vader ist in der Hinsicht ... Also ich kann auch noch mal sagen, die Szene, wo wir förmlich sehen, wie er zusammengebaut wird, also so was haben wir ja wirklich noch nie gesehen, dass das Stück für Stück, ne, also wirklich arme Beine, da registriert man auch noch mal, wie wenig eigentlich noch von ihm übrig ist in diesem Bagdad-Tank. Fand ich einfach wirklich ... Also muss ich auch noch mal sagen, auch diese Nahaufnahmen, wie jemand angekleidet wird, das hatten wir auch schon in der ersten Folge mit Leia, da merkt man auch richtig hier, es ist gar nicht mal so Deborah Chow, das ist auch ein Stück weit die Handschrift von Chung Hun Chung, dem Kameramann des Ganzen, das ist ja zum Beispiel ganz bekannt, der ist ja der Kameramann von Oldboy beispielsweise. Und der ist ja mittlerweile in Hollywood jetzt auch so wirklich auf dem Vormarsch. Der hat ja zuletzt den ersten S, hat der zum Beispiel auch gedreht. Oder jetzt auch Last Night in Soho und Uncharted. Und hier kommt tatsächlich für mich sehr seine Handschrift durch. Also das hat mich ... Irgendwie hat mich das an Park-Chan-Wook-Filme erinnert. Diese Nahaufnahmen und dann auch später, wie Vader dann in diesem Dorf da präsentiert wird in der späteren Szene. Aber da kommen wir später zu. Nee, diese Festung hier auf Mustafa, die hat tatsächlich schon Rogue One eingeführt. Also das ist ja die, wo Director Krennic ihn da aufsucht, in Rogue One in dieser einen Szene. Das hatte ich nicht mehr präsent. Das ist aber auch neuer Canon. Ja, ich wollte nur sagen, die Montage, die dann eben in diesem einen ikonischen Atemzug endet. Oh ja. Das war natürlich auch ein sehr schönes, das war so das i-Tüpfelchen noch, nachdem wir diese Stimmen hatten und dann optisch eben dieses Zusammenschrauben. Und dann als alles fertig ist, dieser eine Atemzug, der ja wirklich, also ich kann schon verstehen, als Kind, der einem davon Schauer über den Rücken laufen lässt. Das ist schon leicht gruselig. Das ist aber auch ein schönes Stichwort zu dieser ganzen Folge. Denn ich finde, und da kommen wir vielleicht später noch zu, diese Folge bringt Vader etwas zurück, wo ich gar nicht mehr so registriert hatte, dass es die Figur eigentlich irgendwo mal ausgemacht hat. Also, als ich die Folge gesehen habe, gingen mir so Szenen aus Episode 4 oder auch 5, vor allem 5 durch den Kopf, wo wirklich schon Vader mit, ja schon wirklich mit Horroranleine eigentlich inszeniert wird. Und es ist ja irgendwo auch ne, also auch wie das hier dargestellt wird, das hat ja irgendwo auch was von Frankenstein, auch schon am Ende von Episode 3. Ja, auch Body Horror und alles natürlich, klar. Ja. Und das kommt hier richtig schön zum Tragen. Und was er da alles tut. Ich meine, wie du gesagt hast, die ganze Folge lässt sich damit zusammenfassen und die lässt sich mit einem GIF oder einer Meme sehr gut zusammenfassen, die ich heute Nachmittag noch, bevor ich die Folge sah, in meiner Facebook-Timeline sah. Wo du nur ein Vader-Bild sahst und da drüber stand, say what you want about the Disney-Era of Star Wars, but they made this motherfucker scary again. Ja. Und sich nur anschließen. Ich habe eben an ein anderes Meme gedacht. Warum? Weil er es kann. Das ist diese Szene, wo er da durchläuft und alle irgendwie umbringt und nichts bricht und Leute irgendwie den Atem abschnürt und was nicht alles. Warum? Weil er es kann. Weil er kein Herz hat, weil er grausam ist, weil er eben diese böse Figur ist. Und das ist natürlich auch dieses, ja, das ist wieder, ist das ein Klischee? Ja, das ist es. Ist ein Bösewicht, der grau ist und beide Seiten hat? Spannender. Ja. Aber Darth Vader ist und bleibt der Bösewicht TM. Und das erwarte ich von Star Wars. Da brauche ich keinen grauen Jedi oder was auch immer. Ich möchte bitte einen bösen Vader und den kriege ich und dann ist es auch okay. So. Das ist das, was ich meinte mit, sind es Klischees, die mir gegeben werden und Tropes? Ja, aber die will ich halt auch von Star Wars haben. Es ist auch bezeichnet, dass sie ihn hier wirklich an der Stelle zeigen, wo wir ihn zuletzt so in Rogue One erlebt haben, weil sie gehen hier wirklich eigentlich den Weg weiter, den sie in Rogue One begonnen haben. Und da fand ich es halt schon so konsequent, also dass er wirklich so grausam gezeigt wird. Auch sein Auftritt halt in Rogue One, wo er dann Ben Mendelsohn gegenüber tritt, da kam halt wirklich was durch von Vader, was man wirklich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Auch Kudos hier, das muss ich auch hier sagen, Kudos an die deutsche Synchro. Ich hatte ja in der ersten Folge oder in der zweiten Folge hatte ich ja meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht und sie haben hier tatsächlich in der deutschen Version wieder Martin Kautz besetzt auf Darth Vader, der ja schon eine gewisse Ähnlichkeit mitbringt zu dem Originalsprecher aus der alten, also aus der Urtrilogie Heinz-Petrou und für mich persönlich hatten sie es in Rogue One schon sehr gut getroffen und hier passt es auch wirklich sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall besser, um Welten besser. Ich meine, du hast ja auch Rebels gesehen, Britt-Marie, als Rainer Schöne in Rebels oder auch am Ende von Episode 3. Das hat für mich nicht so funktioniert. Das hat mir tatsächlich, ich habe extra in die deutsche Synchro für genau diese Diskussion in die deutsche Synchro gewechselt, denn ich gucke in der Regel immer im Original. Ja, ja. Aber tatsächlich ist mir hier auch im Original aufgefallen, sehr, sehr schön. Sie haben eben wieder auch die Stimme, auch was das Original angeht, von James Earl Jones genommen. Aber, die war unheimlich hell. Mhm, fiel mir auch auf. Das war wohl auch schon so in Rogue One. Ich muss ganz ehrlich zugeben, in Rogue One ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ich habe so dieses sonore Tiefe erwartet und das habe ich hier gar nicht gekriegt. Denn die Folgeszene auf dieser Montageszene ist ja, die Szene zwischen Reva und Vader wurde sich unterhalten und da spricht ja Vader eben auch. Und ich dachte, das ist doch nicht James Earl Jones. Und dann hat sie extra nochmal nachgeguckt und es war James Earl Jones. Ich dachte, okay, das finde ich jetzt etwas enttäuschend. Der Mann ist auch älter geworden. Ich finde, aber er hat immer noch drauf. Also die Stimme hat immer noch den Effekt. Ich glaube, ein ähnlicher Kritikpunkt kam auch 2019 beim König der Löwen Remake, wo er ja wieder Mufasa gesprochen hat. Ja, man merkt das Alter, aber alles in allem finde ich das immer noch, geht es mir immer noch durch Mark und Bein, wenn ich die Stimme höre. Ich hatte auch den Eindruck, dass es hier vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung war, weil du musst bedenken, wir sehen ja am Anfang, also da sehen wir ja tatsächlich Held Christensen, beziehungsweise was hier von ihm übrig ist, sehen wir ja, dass er den Helm aufbekommt. Da sehen wir also bewusst, dass Vader hier noch nicht so, ja noch nicht so alt ist eben, wie in den, in den alten Filmen, wie man ihn eben kennt und deshalb denke ich, dass sie da vielleicht auch eine gewisse Note reingebracht haben, dass auch Martin Kautz da eine gewisse Note reinbringt im Deutschen. Könnte ich mir, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist, weil man muss bedenken, also wenn man jetzt auch davon ausgeht, wie alt Hayden Christensen ist und er passt ja ungefähr vom Alter auf das, das Vader jetzt hier haben müsste, dann ist er gerade mal Anfang 40 und da kann er jetzt halt auch nicht klingen wie ein 60-, 70-Jähriger. Ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Gut, damit lasse ich mich, lasse ich mich, lasse ich mir das erklären. Das ist okay. Da kapitulierst du. Ja, du hast es ja schon erwähnt, er redet mit Reaver, Moses Ingram und mich stört es, das muss ich einfach nochmal sagen, mich stört es, dass die Hologramme hier so makellos sind, während man das eigentlich immer mit schönem, kaputten Geflimmer kennt aus den alten Filmen. Da bleibe ich bei. Das wirkt hier so glatt gebügelt. Das sind Kriegszeiten. Da entwickelt sich die Technik nicht unbedingt weiter und ja, weiß ich nicht. Finde ich schade, wirkt auf mich ein bisschen glatt gebügelt, aber okay. Ja, wir hören Vader sprechen und ich find's verdammt geil, auch wie er da sitzt, worum's halt geht, ne. Also, dass halt, ähm, äh, Reaver ihm vor allem dann auch den Tod des Großinquisitors als Obi-Wans Tatverkauf, fand ich auch sehr interessant. Und man merkt, wie sehr das Vader doch nahe geht, dass der Großinquisitor tot ist. Äh, sein nicht vorhandenes Herz oder was davon übrig ist, schert sich nicht sonderlich darum. Und er merkt auch sofort, dass Reaver sehr ehrgeizig ist und ich denke, dass er auch darin selber seinen eigenen Ehrgeiz irgendwo auch sieht und in ihr vielleicht auch eine würdige, ja, Partnerin an seiner Seite. Aber er macht halt auch sehr, sehr schnell die Spielregeln klar. Verdien dir das an meiner Seite? Wenn du mich enttäuschst, räum ich dich aus dem Weg. Das ist eigentlich die klare Ansage. Und ja, das ist für mich halt Vader, wie man ihn kennt. Das ist halt auch, wie er mit Imperialen umgeht in den alten Filmen. Der hat ja da zum Beispiel auch so einen kleinen Günstling in Episode 5, diesen Admiral Piert beziehungsweise Captain Piert, der dann in einer Szene mal eben zum Admiral befördert wird, weil neben ihm sein Vorgesetzter aus dem Weg geräumt wird per Machtwürger. Und ja, wirkt er auf mich tatsächlich sehr authentisch hier. Mhm. War ein bisschen viel jetzt. Nö, kann ich dir vollkommen zustimmen. Fand ich auch so. Wir haben, das ist mir aufgefallen, wir haben hier von Vader sehr viele Einstellungen und damit gehen sie ja auch dann irgendwie zurück zu dem, was man aus den alten Filmen kennt, wo er einfach nur wirklich so, ja, vor einem Fenster steht und in die Lehre starrt irgendwo auch. Also auch zum Schluss dann vor dieser Feuerwand, aber da kommen wir ja später zu. Sehr schön übrigens, wir kommen jetzt dann in der nächsten Szene wieder zurück in den Frachter beziehungsweise zu Lea und zu Obi-Wan. Ich musste sehr lachen, denn wir haben ja jetzt vorher so diese grimme Szene gehabt zwischen Vader und Reva und zwar so wirklich so, oh, böse. Und dann kommt dieser Schnitt und das Erste, was wir haben, ist Lea, die sagt, wann sind wir denn da? Ich dachte so, egal welche Zeit, egal welches Universum, egal welche Welt, alle Kinder überall immer, wann sind wir denn da? Ja, ja, ja. Und dann dauert es denn noch? Und ich dachte so, ich liebe es, das fand ich so nett. Ich glaube, die haben uns ein bisschen getrollt, aber egal, ich fand es trotzdem lustig. Ja, aber es war gut, weil die Figur, also sie ist nicht nervig, das haben wir ja in den ersten beiden Folgen schon gesagt, weil die Darstellerin hier, weil die Darstellerin hier wirklich Großartiges leistet. Ich würde eigentlich sagen, sie ist immer noch unterschätzt. Aber hier in dieser Szene erinnern sie uns noch mal daran, bei all dieser ganzen Intuition und emotionalen Intelligenz, die sie in ihren jungen Jahren schon an den Tag legt, sie ist letzten Endes immer noch ein kleines Mädchen. Und sie wird ungeduldig und sie will endlich irgendwo hin und das fand ich schön, dass das so gesagt wurde. Nicht einfach nur als Gag, sondern auch einfach zu zeigen, ja, sie wirkt sehr altklug, aber eine Erwachsene ist das noch nicht. Und das Ganze wird dann auch noch mal extra unterstrichen, denn Obi-Wan repariert ja Lola und gibt dir sie ja dann. Und ich so, mein Gott, mein Herz ist kurz mal geschmolzen. Ich so, ja. Also ich fand das einfach eine sehr niedliche Szene. Und dann, als sie sich halt einfach so darüber freut, dann denkst du, ja, sie ist halt doch einfach nur ein Kind. Er hat einen Merchandise-Artikel repariert. Ist das nicht schön? Ach komm, sei mal nicht so harsch. Der Punkt ist, für wen ist Lola? Glaubst du wirklich, so viele kleine Mädchen gucken das und wollen dann eine Lola haben? Also für mich, ich hab ja gesagt, für mich ist es irgendwie ein Saugroboter, den man zu einem Tamagotchi umfunktioniert hat. Ja, oder so Marienkäfer-mäßig. Ja, ja, genau. Da muss ich auch dran denken. Ich find das ganz witzig. Genau. Ach ja, es ist okay. Also ich find's ja irgendwie auch drollig, wie sie so diese kindliche Frage stellt von wegen, ja, kannst du nicht irgendwie die Reise mit der Macht ein bisschen beschleunigen? Ja, aber das find ich total logisch. Ja, ja. Warum nicht? Und er dann so, ja, that's not how the force works. Verdammt. Aber ich muss da auch ein bisschen schmutzeln, weil hier kriegen wir natürlich auch wieder was. Wir fallen sofort in diese Mentor-Mentee-Schiene wieder rein oder Schüler-Lehrer. Ich schwör dir, ich bin mir hundertprozentig sicher, irgendwo auf Kamera hat er genau diese Diskussion mit Anakin auch schon mal geführt. Das sind hier so viele Situationen, auch später, als sie auf Mapuso sind, wo sie dann auch wieder Fragen stellt und er Fragen beantwortet. Und ich denke mir, das ist halt so, das spiegelt halt so dieses, ja, Schüler-Master-Schüler-Lehrer-Verhältnis wieder. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Luke ist ja der, der technisch versiert ist. Und sie hat ja eher viel von ihrer Mutter abgekriegt. Und dass er dann jetzt wiederum was für sie repariert, dass, also theoretisch könnte es ja auch ihr Bruder gewesen sein. Also es ist irgendwo auch eine Spiegelung, sage ich mal, an der Stelle. Fand ich, fand ich auch, es ist eine schöne Szene. Generell sind emotionale Szenen und das unterstreicht für mich diese ganze Folge, sind das auf jeden Fall, was Deborah Chow beherrscht. Kurz nochmal dazwischen, lass mich dazwischenreden, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen, finde ich hier. Und zwar, er erklärt ja, was die Macht ist. Also sie fragt ja nicht nur, warum kannst du das nicht mit der Macht machen? Also so funktioniert die Macht nicht. Ja, was ist die Macht denn? Und dann holt er ja, dann holt er ja die klassische Licht-Schatten-Allegorie wieder an den Tag. Also weißt du, wie das ist, wenn man Angst hat im Dunkeln? Und die Macht zu verwenden, das ist wie das Licht anschalten. Stimmt. Und das ist natürlich eine sehr schöne Allegorie, die hier auch wichtig ist, weil es auch nochmal ein bisschen erklärt, warum Obi-Wan Kenobi in den letzten zehn Jahren im Grunde nichts mit der Macht mehr am Hut hatte. Weil Licht anschalten, ausschalten, wenn das so einfach ist im Vergleich. Ist es ein schöner Vergleich? Ja, der hat halt einfach mal zehn Jahre Licht ausgeschaltet. Punkt. Das ist, ich finde, das kann man so ganz gut erklären. Ja. Das sollte man nicht unterschätzen, die Dialogzeile. Ich habe das einfach nur abgetan als eine für ein Kind verständliche Art und Weise. Das ist es ja auch. Die Macht zu erklären ist es ja auch. Aber nein, das stimmt, da steckt eine Menge dahinter. Für ihn seine neue Perspektive auf die Macht und wie er sich da wieder langsam annähert, das stimmt. Ja, und natürlich ganz klassisch, wie immer, ich kann mich nur wiederholen, wir haben die guten, hellen Jedi und dunklen, schwarzen Sith. Also das steckt ja alles da mit drin in diesem ganzen Bild. Es ist ja auch klassische, also du sagst es ja schon, es ist ja wirklich klassische Dialektik eigentlich von Gut und Böse, also auch von wegen, das hellste Licht kann den größten Schatten werfen zum Beispiel auch, ne? Oder also, ne? Ja, 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 absolut. Das ist natürlich klar. Das steckt da irgendwo auch drin. Ja, es ist tatsächlich eine schöne Dialogzeile. Das stimmt schon. Ist mir gar nicht so, ja, doch, doch, es ist echt schön an der Stelle. Also so viel zu, die Serie ist so, ach, so schlecht geschrieben, ne? Ja, dann kommen wir auf einen völlig neuen Planeten. Ich habe extra gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Er scheint tatsächlich komplett neu dazu erfunden zu sein. Mapuso. Ach, Mapuso. Entschuldigung, war ein bisschen falsch. Okay. Vielleicht hast du deshalb beim Google nichts gefunden. Hand aufs Herz. Ja. Aber Hand aufs Herz. Ich meine, ihr habt es letztes Mal gesagt, ich sag's jetzt auch nochmal. Ja, natürlich verstehe ich, dass verstaubte Wüstenplaneten auch zeigen sollen, dass das Imperium alles unter seiner Joche hat und alles irgendwie den Daumen drauf und alles zerstört und blablabla. Aber warum, verdammt nochmal, muss es schon wieder ein Wüstenplanet sein? Kann ich nicht mal was mit Bäumen kriegen oder mit Wasser oder ich weiß nicht. Kommt noch. Ist so aufwendig zu animieren. Ich meine, ich habe vor kurzem mal irgendwie einen Post gesehen, wo es um Coruscant ging und ich habe dann darunter geschrieben irgendwie, warum spielen sich die Geschichten nicht da ab? Es ist praktisch das Zentrum des Star Wars Universums und ich bekam für diesen Post abartig viele Likes. Das scheinen viele ähnlich zu sehen und der Grund dafür ist natürlich, weil sich karge Wüstenlandschaften wohl schneller animieren lassen als gigantische Städte. Ja, so logisch. Und ganz nüchtern ist es wohl einfach eine Kosten- und Aufwandsfrage. Ja, ich finde es auch ein bisschen lame, vor allen Dingen, die gehen da durch und Obi-Wan erklärt leer, früher gab es hier Felder und Familien und dann kam das Imperium und dann sieht das nicht mehr so aus. Ja, aber was waren das auch? Dieser Satz, nicht früher gab es hier Felder und Wasser und Vögel, nein, früher gab es hier Felder und Familien und ich dachte so, hä? Also, wie da die Gewichtung auch in der Erklärung gelegt ist, das war kurz so, okay. Ja, vor allen Dingen auch die Logik dahinter, seit das Imperium alles übernommen hat, ging ja alles den Bach runter. Kann das Imperium nicht von Feldern profitieren? Warum haben die hier alles platt gemacht, wenn doch hier das fruchtbarer Boden war? Sie haben es vielleicht auch ausgebeutet, ne? Kann natürlich auch so. Naja, es war ja genau, also Erz, Erz wird ja geschürft, weil das gebraucht wurde für, was auch immer, im Imperium Waffen oder Militär oder was auch immer. Also, ich verstehe schon die Logik dahinter, aber es war so ein bisschen so, okay, Wissenplanet 387.001. Für mich hatte das ein bisschen was von seit Scar der König ist über Pride Rock, es hat die Natur angefangen abzustärken. Alles, was das nicht berührt, ja, ja. Ja. Das war ja schon meine zweite Lion King-Referenz, da muss ich wirklich mit aufgreifen. Ja, ja. Aber bitte nur an den alten und nicht an das Remake. Darüber sprechen wir nicht. So. Ich muss auch hier an der Stelle mal einen kleinen Shoutout rausmachen an Natalie Holt, die Komponistin. Hier ist mir zum ersten Mal tatsächlich die Musik aufgefallen an der Stelle. weil sie hier so Klänge einbringt, die so ein bisschen, glaube ich, auch diesen Planeten charakterisieren sollen. Klang fast so ein bisschen wie, ja, vielleicht irgendwie auch Sinti-Ethno-Klischees, aber ich fand's an der Stelle zumindest mal ein bisschen markanter als das, ja, über weite Strecken Underscoring, was wir bisher in dieser Serie eigentlich hatten. Wobei mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn die Sturmtruppen auftauchen, dann zitiert sie sogar John Williams altes Thema daraus. Mhm, ja. Und auch bei, auch bei Vader hat sie, also es wurde zwar nicht der Imperiale Marsch, ähm, äh, eingespielt, aber sie hat teilweise diese, diese donnernden Klänge drin gehabt. Ja. Wo ich dachte, oh, ist das vielleicht auch ein Zitat? Also es gibt schon ein paar Dinge, gerade musiktechnisch, wo ich sag, sehr gut, gefällt mir sehr gut, das einfach noch als extra Verstärkung, ja. Ja, vor allem, es wäre irgendwie auch ein bisschen zu gefällig gewesen, einfach nur den Imperial March einzuspielen. Vor allem ist das ja auch noch ein ... Ja, aber ich bin, ich bin für sowas, bin ich total anfällig. Ich so, ja, spiel mir alles. Ich auch, ich auch. Aber auf der anderen Seite, man kann ja, man kann ja vielleicht auch mal eine eigene Note reinbringen. Also sie lässt sich ja davon inspirieren, aber sie macht trotzdem was Eigenes daraus. Das find ich schön. Vor allem ist das ja hier auch noch ein anderer Vader, als der, den wir in Episode 4 oder 5 zum Beispiel sehen. Man muss auch bedenken, den Imperial March gibt's ja eigentlich auch erst, seit Episode 5. Das vergessen ja auch immer viele. Ja, ich ehrlich gesagt gerade auch. Hier und da hätte es den Szenen doch ein bisschen mehr Rums gegeben, wenn man einfach gesagt hätte, so, jetzt spielen wir Williams. Bedenke vor allen Dingen, wie hat man diese Serie beworben? Die Trailer haben nichts anderes gemacht, als Prequel-Musik zu spielen. Wie toll war. Und das war fantastisch. Und ich hatte schon gehofft, wenn man verwendet hier etwas mehr. Da reichen die ersten 3-4 Noten ja schon. Also wir sind ja so vertraut mit diesen Themen. Ja, ja. Das würde schon reichen, aber ja, naja. Macht-Thema haben wir ja auch nicht gehört irgendwie, ne? Das Force-Theme oder so. Gar nichts. Ja, gut. Die Rechte haben sie ja eigentlich, ne? Ja, was man auf jeden Fall schon sieht, dass Mapu so, ja, vom Imperium kontrolliert wird. Ich muss mal dagegenhalten, ich fand die Wüste, also klar, es ist eine Wüste, aber es ist jetzt nicht eine ganz so kacklangweilige, wie ich finde, wie Tatooine. Es ist zumindest, also du hast jetzt zumindest mal irgendwie so Schluchtenkrater und du siehst, dass das, du siehst, dass das irgendwo eine sterbende Welt ist. Und dass es nicht eine tote Welt ist. Dass das so ein Planet ist, der eigentlich, ja, ausgebeutet ist und dann so irgendwie, also wie so ein, wie so ein ausgesaugtes Trinkpäckchen eigentlich. Also so wirklich fast komplett leer und du hast eigentlich nur noch so eine Grippe. Und das hat mir eigentlich gefallen, also das fand ich zumindest inspirierter als so manche Planeten im Mandalorianer. Aber gut, das fass mache ich jetzt nicht auf. Genau, wir hatten eigentlich diese Szene, wo Obi-Wan dann eigentlich erklärt, ja, hier waren irgendwie nur Familien und Felder und eigentlich sonst nichts anderes. Dann haben wir tatsächlich eine Szene, die auch schon so leichte, ja, wirklich, eigentlich ist es ein Trope, was man eher so aus dem Horrorfilmbereich kennt, ne? Oh ja. Da haben wir tatsächlich, ja, eine Erscheinung, oder beziehungsweise Obi-Wan hat eine Erscheinung von Anakin, wie er einst mal aussah. Und da haben wir tatsächlich auch Hayden Christensen zumindest von weitem mal, ja, eigentlich wie man ihn normalerweise kennt. Und das fand ich tatsächlich auch sehr schön, beziehungsweise es schien mir fast schon wie so ein Callback, weil Obi-Wan redet ja davon, wie das mal hier aussah. Und es kann ja auch sein, dass er das eventuell mit irgendeiner Mission verbindet, die er mit Anakin auf diesem Planeten hatte, ne? Fand ich auch sehr schön. Kann sein. Ja, das ist aber einfach genau dieses Verfolgtwerden von den Geistern seiner Vergangenheit. Also er denkt an vergangene Dinge und das lässt ihn nicht los. Das fand ich auch sehr, sehr schön hier. Und das in Kombination eben, die laufen da ja so lang und Lea stellt ja tausend Fragen und er beantwortet ja auch alles Mögliche. Das in Kombination eben auch mit dieser Schüler-Master-Situation, wo ich mir halt dachte, okay, vielleicht ist das so eine Situation, die er auch tausend und einmal mit Anakin hatte, als er ihm beigebracht hat, wie man ein Jedi ist. Also das gab für mich hier alles Sinn von der ganzen Verbindung her. Also dieses sich zurückerinnern, dann vielleicht auch erinnern, wie war das mit Anakin als Schüler und dann gleichzeitig aber dieses Vorschauen, ja, und wie ist es geändert? Und die Schuld, die mich da treibt, ja. Ja, das mit Lea hat ihn wahrscheinlich da getriggert und vor allen Dingen, seit Reaver ihm gesagt hat, er ist noch am Leben, muss man bedenken, spukt seit einigen Stunden in seinem Kopf nichts anderes rum als er. Ja, und er ist halt auch zwiegespalten irgendwo, ne, was ist das? Also er ist ja, er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur zerrissen innerhalb seiner, seines Jedi-Daseins, sondern natürlich auch, ja, was seine, wirklich eine starke Verbindung zu Anakin angeht, ne. Weil man, man muss bedenken, das war halt wirklich sein, sein, also er sagt es ja am Ende von Episode 3, der war ja wirklich wie ein Bruder für ihn, na, zum Ende hin. Ja, dann machen wir eigentlich nochmal einen Sprung auf einen Planeten, äh, den man, ich weiß nicht, äh, du als Rebels-Guckerin, Britt-Marie, dürftest ihn auch gekannt haben, ne? Ich habe tatsächlich Rebels nur auszugartig gesehen als Vorbereitung, jetzt für... Ah, okay, okay. Ich hab's noch nicht komplett geguckt. Okay, okay. Ja, ich, äh, muss, ich hab's auch noch so halb vor mir, aber, äh, es lohnt sich tatsächlich mal da reinzugucken, auch wenn man sich ein bisschen rein gewöhnen muss, und am anderen, es ist am Anfang sehr kindlich. Aber gut, wir sehen hier, äh, ja, eigentlich mehr oder weniger die Inquisitoren-Festung, die auf dem Meeresmond nur ist, und wir sehen auch sehr schnell, dass es ein Meeresmond ist, weil hier ist eigentlich nichts weiter außer Wasser. Interstellar lässt grüßen, nur ohne Wellen, und, äh, da ragt eigentlich nur so ein, ja, so ein Gebäudekomplex raus. Es hat auch irgendwie ein bisschen was von, von, äh, Tipoca City und, und Kamino natürlich. Und dieser Planet ist, soweit ich weiß, auch im Mustafar-System. Und Mustafar ist ja wirklich eigentlich, naja, der genaue Gegenentwurf dazu, ne? Also, äh, fand ich visuell vor allem ziemlich toll. Es hatte auch irgendwie für mich sehr was, also es wirkte sehr wie etwas, was auch in Rogue One hätte vorkommen können, so, ne, wieder. Wenn man jetzt überlegt, ich mein, es kommt ja noch diese Rogue One-Spinoff-Serie, die sieht ja auch wirklich von der Optik her, was man jetzt so im ersten Teaser gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ah, wir reden über Andor. Genau, Andor, genau. Über was, ja, okay. Lehnt sich ja ästhetisch auch schon sehr stark an Rogue One an tatsächlich, ne? Hat was deutlich Raueres und was man eigentlich gar nicht so von Disney erwarten würde. Ich wollte nur sagen, ich hab auch, äh, weil du grad Andor ins Spiel gebracht hast, das war übrigens auch mein Gedanke, hier geht's ja dann darum, dass wir ja auch auf dieses Untergrundnetzwerk treffen, das ja im Grunde auch ein Spionagenetzwerk ist. Da musste ich auch sofort an Andor denken, ob da nicht vielleicht tatsächlich noch irgendwelche, äh, ja, ich weiß nicht, Crossover vielleicht nicht, aber, äh, Andeutungen hier drin sind, man weiß es nicht. Durchaus hat man ja auch mit Bail Organa, ne? Das ist ja auch schon so der Keim der Rebellion, ne? Also auch schon in Episode 3 gibt's herausgeschnittene Szenen, äh, so mehrere sogar, die eigentlich sogar fast so eine kleine Miniserie an die Elite ziehend sind, wo es diese Petition der 2000 gibt im Senat, wo dann halt Palpatine ermahnt wird halt von 2000 Senatoren, die halt eine Petition, also Unterschriften aufgesetzt haben, dass doch bitte die Friedensverhandlungen wieder aufgenommen werden sollen. Und an der Stelle, äh, kann man sich auf YouTube ansehen, da merkt man, dass da auch eine ziemliche Kluft ist, rein, ja, politisch auch zwischen Anakin und, und Padme an der Stelle. Kann man sich gern mal ansehen. Äh, Kindermut, äh, Kindermut tut da ja auch ein bisschen Wahrheit kund, denn hier sagt ja auch in dem Gespräch mit, mit Obi-Wan, Lea, aber das Imperium, das ist doch eigentlich, also sind es nicht die Guten, wollen die uns nicht Gutes tun? Mhm. Äh, und dann sagt er, und dann sagt er, also so ganz, halt so ganz naiv, wie das Kinder so machen, und dann sagt er, nee, hat er gesagt, äh, wobei es gibt den einen oder anderen, der das versucht, so wie dein Vater. Ja, ja. Also da schließt sich dann, schließt sich dann der Kreis. Ja, dass generell Bail Organe immer wieder referiert wird, ne? Das ist schon auch auffällig. Ich find's, ich kann's nur mal sagen, ich mag Jimmy Smiths wahnsinnig gern in dieser Rolle. Ja, dann folgen wir Reva, die, äh, durch diesen Komplex stiefelt, eigentlich direkt schnurstracks in so einen Konferenzraum, und, äh, mitteilt, äh, dass, äh, sie Anhaltspunkte hat, beziehungsweise, dass sie ausgekundschaftet hat, wie die Reiseroute von diesem Frachter, mit dem Obi-Wan geflogen ist. Und jetzt will das, äh, Suchtruiden weitergeleitet werden. Und, äh, ja, der High Inquisitor ist ja tot. Und stattdessen sitzt jetzt nur der neunte Bruder gegenüber. Ist es nicht der fünfte Bruder? Ich weiß nicht, ich mein, es wär der neunte, aber ich blick bei diesem Typ mir eh nicht durch. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, der fünfte Bruder, die dritte Schwester, und die dritte, weiß ich grad nicht mehr, aber okay. Der Großinquisitor. Äh, ja, sie kommt rein, und man merkt, dass da noch ziemliche Machtspielchen einfach im Raum sind, ne? Und der, äh, schnappt sie sich an einer Stelle sogar wirklich mit der Macht und drückt sie runter. Und es ist ja auch wirklich so simbillig von wegen so, ja, vergiss nicht, wo dein Platz ist. Und er ist jetzt eigentlich der, äh, bad Motherfucker, nachdem ja der Großinquisitor das Zeitliche gesegnet hat. Und zwischen denen ist schon wirklich, also da ist es schon seit der ersten Folge eigentlich ordentlich am, äh, Lodern, ne? Da kann man, also bin ich gespannt, wie sie das noch weiterführen. Und sie beruft sich dann aber eben darauf, dass sie, ja, Rückendeckung von Vader hat. Wie? Du bist hinter meinem Rücken an den Oberboss gegangen? Uiuiui. Ja. Er will, dass sie tatsächlich das Kommando übernimmt und, äh, ordnet dann halt an, Suchdroiden rauszuschicken. Und die sind tatsächlich die schönen Suchdroiden, die wir aus Episode 5 kennen. Ob ich das jetzt gebraucht hätte? Weil, man muss sich so fragen, haben die sich ja eigentlich jemals technisch weiterentwickelt? Aber es ist halt Krieg. Ja, die könnten ja andere Funktionen haben, aber sehen halt gleich aus für den Wiedererkennungswert. Ja, bei, äh, Member Berries. Aber ich finde es ganz schön, dass wir sehen, äh, wie die da irgendwie von Maschinen, äh, rausgestanzt und dann in den Weltraum geschossen werden. Das fand ich sehr cool. Also, dass wir bei einer mal andere Perspektive drauf bekommen. Ja, ansonsten gibt's jetzt, glaub ich, über die Szene nichts weiter zu sagen, oder? Ich weiß nicht. Nee, nö. Ich hab's einfach, ich hab in meinen Notizen einfach nur geschrieben, macht Spielchen zwischen den Inquisitoren und dann ungefähr 17.000 weitere Anmerkungen zur Obi-Wan-Kenobi-Szene, die dann kommt. Ja gut, dann, äh, the stage is yours. Naja gut, wir sind zurück mit Obi-Wan und Lea, die ja dann irgendwie an die Stelle kommen, die ihnen gesagt wurde. Da ist aber nichts, nichts und niemand. Und Obi-Wan war ja sowieso schon die ganze Zeit sehr skeptisch und hat vermutet, dass sie vielleicht auch in eine Falle gelockt werden und so. Und die Tatsache, dass da jetzt nichts ist, bestätigt eigentlich für ihn nur, okay, ja, hm. Scheiße. Problem, genau. Und dann kommt da ein, ein, äh, ja, wie sagt man, ein Frachterfahrer oder ein, 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 was für ein Ding. Nennen wir es einfach Space Trucker. Ja, vorbei. Und Lea so, komm, wir fragen ihn, ob wir mitfahren können. Das sieht nett aus. Ja, das ist hier so, so schön. Ja, aber was ich so schön finde einfach ist dieser für nicht desisolierte Obi-Wan, der halt schon vorher zu Lea meinte, nicht alle Leute sind gut. Und in dem Moment, in dem sie sagt, komm, lass uns ihn fragen. Und er so, nein, Lea, es ist nicht sicher. Und überhaupt gar nicht verstehen kann, wie sie nicht verstehen kann, dass es eben nicht sicher ist. Und sie dann eben hinmarschiert und sagt, hallo, bla bla. Und ganz ehrlich, man merkt, also diese ganze Dynamik, finde ich sehr, sehr schön. Das ist natürlich ein bisschen komisch gelieb auch hier, aber das funktioniert für mich ganz gut. Und ich muss aber auch so ein bisschen lachen, weil, ja, also Obi-Wan ist schon ein bisschen eingerostet. Man merkt es schon. Also Lea kann besser lügen als er. Sie merkt sich, wie sie heißen. Sie merkt sich, wo sie herkommen im Gegensatz zu ihm. Ja, da kommen wir später dazu. Ja, da sind so ein paar Dinge, wo ich so denke, okay. Und dieser maulwurfartige Typ, den sie da aber drauf gesetzt haben, fand ich auch gut gewählt, denn der wirkt auf den ersten Blick gutartig. Also so ein Maulwurf ist ja eigentlich ein nettes Tier. Es ist jetzt kein Kuscheltier, aber ich fand den jetzt nicht irgendwie auf den ersten Blick bösartig oder schrecklich oder so. Also der war eigentlich, fand ich, als Fahrer ganz gut gewählt. Und erst in dem Moment, in dem sie sich dann dazu entschließen, eben tatsächlich mitzufahren und aufsteigen und dann diese Flagge oder dieses Zeichen des Imperiums, das ja hinten drauf gemalt ist, auf so ein Stück Stoff als Symbol, erst als das ins Auge fällt und dann, es hätte nur noch gefehlt, so bedeutend schwanger, so da, da, da. Also das ist so in dem Moment. Erst dann wird einem eigentlich klar, oh verdammt, vielleicht haben wir ja gerade einen größeren Fehler gemacht, als wir das gedacht haben. Also es funktionierte für mich alles ganz, ganz super. Ein kleines Detail an der Stelle auch, was mir gut gefallen hat, war die Gesinnung dieses Fahrers. Denn wir sind es so gewohnt, immer nur zu sehen, dass es Leute gibt, die leiden unter dem Imperium. Die werden von ihnen ausgebeutet, die fürchten sie, die trauen sich nicht, was dagegen zu sagen. Und wir sehen viel zu selten tatsächlich auch Leute, die mit denen sympathisieren und denen der neue Zustand der Galaxis gefällt. Und das finde ich mal ganz interessant, dass du da jemanden hast, der sagt, das Imperium sorgt für Ordnung. Und ihr seid Anhänger davon, das finde ich super. Dass du da auch so Verblendete mal zu sehen bekommst. Ich muss sagen, ich fand an der Leichen-Comic-Relief-Dynamik halt echt schön, dass Obi-Wan ihr noch mal so einbläut, ja, vergiss nicht, wir kommen vom Planeten Tal, ich bin dein Vater und du sagst nichts. Und sie geht profft darüber, ja, hallo, ich bin die und die. Ja, ja, oh, du siehst so gut aus. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es im Absprang gesehen habt, aber hier haben wir wieder ein What-The-Fuck-Casting, was man aber diesmal nicht erkennt. Ja, nur Sprecher. Genau, denn unter diesem, nee, ich glaube sogar, dass der da drunter steckt. Unter diesem Typen steckt nämlich tatsächlich, und ich muss dazu sagen, ich hab erst seinen Namen, also ich hab mir die Folge zweimal angesehen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, und ich habe seinen Namen erst falscher Stand, ich dachte wirklich erst, er heißt Frank und nicht Frack. Und dann dachte ich mir so, ernsthaft, ihr habt jetzt in einem Universum, wo Leute Darth Maul und Pelimotto heißen, jemand namens Frank. Also, weiß nicht, vielleicht sollte er das ja unterstreichen, dass er eigentlich wie so ein Trucker in so einem Road-Movie ist. Aber Gott sei Dank nicht. Und ja, ich sag's jetzt raus, unter der Maske, also entweder steckt er unter der Maske, oder aber er spricht ihn nur. Wir haben hier ein Cameo von Zach Braff. Ja. Ich meine, hey, Zach Braff ist per Du mit Natalie Portman. Ja. Vielleicht ist da über einen Kontakt was zustande gekommen. Keine Ahnung. Glaube ich, ist eher weniger, war nur geraten. Aber ja, genau wie mit Flea, fragst du dich schon wieder, wie kommt es dazu? Wo holen die diese Leute her? Ja, aber da wollte ich nämlich sagen, ganz ehrlich, hätte ich die Chance, wenn ich irgendjemand kenne, der irgendwas mit Star Wars zu tun hat, ich wäre sofort dabei. Es gibt ja tausend und einen Cameo, vermeintlich in jedem Stormtrooper, der mal durchs Bild läuft, steckt immer irgendein bekannter Schauspieler, Sänger oder irgendjemand, der irgendjemand von irgendwoher kannte. Einer meiner Lieblingsauftritte von Stormtrooper, die leider rausgeschnitten wurde, war Prinz William von Großbritannien, der dann aber rausgeschnitten wurde, weil er zu groß war. Also im Verhältnis zu allen anderen Stormtroopern stach der raus. Und dann dachte ich, das ist schon bitter. Also da kommst du endlich aufs Set und dann wirst du doch rausgeschnitten. Und ganz ehrlich, also wenn ich da die Chance hätte, mal aufzutauchen in einem Cameo und wenn es nur als Verbrecher ist, der hinter Lea hinterher rennt, da wäre ich aber dabei. Ich kann verstehen, dass es für die Zuschauer komisch wirkt, aber kann ich nachvollziehen. Es wirkt für mich da nochmal extra komisch, denn um ganz kurz extremes Insiderwissen einzuwerfen, Garden State ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und auf der Blu-Ray-DVD gibt es einen tollen Audiokommentar mit Zach Braff und Natalie Portman und das Thema Star Wars wird in diesem Gespräch zwischen den beiden mal hier und da kurz angeschnitten. Und da stellt sich heraus, Zach Braff weiß nichts über Star Wars. Deswegen ist das umso seltsamer für mich. Ja, er ist ja hier ähnlich unkenntlich gemacht, auf jeden Fall wie Simon Peck in Episode 7. Der hat ja auch so einen, kann man durchaus eigentlich vergleichen, vielleicht eine ähnliche Figur eigentlich sogar. Ja, sie fahren dann so notgedrungen mit beziehungsweise wollen eigentlich nur zum nächsten Hangar, Raumhafen, was auch immer. Dann ist es aber so, dass sie relativ bald einen Zwischenstopp einlegen. Dann dachte ich mir auch so, hat Obi-Wan jetzt das 9-Euro-Ticket oder hat der es nicht? 9 Treadits. Genau. Und dann steigen, ja, Imperiale dazu. Ich glaube, es sind irgendwie 4 oder 5 Soldaten. Und da muss ich jetzt auch wirklich mal die Frage stellen. Also, ich bin ja wirklich nicht empfindlich, was Plot-Convenience angeht. Aber jetzt mal ehrlich. Die kommen an und sagen, ja, also hier soll sich irgendwo ein Jedi aufhalten. Ja, also hör mal, was machst du denn hier so ganz alleine am Arsch der Heide? Du hast nicht zufällig diesen Jedi gesehen, oder? Ey, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also, sorry, das war wirklich ... Nee, also die Stormtrooper sind ja nie die hellsten, aber das hier war schon ... Das war selbst für mich zu viel. Wobei ... Ich würde vor allen Dingen erwarten, die haben vielleicht so was wie Tablets dabei, um den zu scannen. Warum braucht man dafür diesen Druiden, um ihn zu scannen? Dass die nie irgendwelche Devices sofort zur Hand haben. Ja. Ich wollte dann auch sagen, eigentlich wollte ich genau das Gegenteil sagen, nämlich natürlich, ja, Plot-Convenience und so, aber ich fand's gut, dass wir endlich mal einen imperialen Soldaten hatten, der ein bisschen Intelligenz an den Tag gelegt hatte, denn ihm ist ja aufgefallen, dass Obi-Wan Lea Lea genannt hat und nicht Luma. Wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen wäre, und ich dachte, ah, endlich mal ein Soldat, der zuhört und der nicht irgendwie nur so stumpf vor sich hin brütet, da in seiner Uniform. Das fand ich dann auch mal ein nettes Beispiel, ja. Ja, das zeigt dann auch natürlich, dass Obi-Wan echt nicht so wirklich auf dem Damm ist, ne? Beziehungsweise, dass er sich in dem Moment ... Ja, total. Dass er sich in dem Moment natürlich emotional hat auch hinreißen lassen, wobei ich das dann schön fand. Und es ist auch wieder, es ist echt schön geschrieben an der Stelle. Wie er jetzt sagt von wegen, ja, jedes Mal, wenn ich sie ansehe, muss ich an ihre Mutter denken, ne? Ja, oh mein Gott. Da sind doch alle geschmolzen, oder? Also ich bin zumindest geschmolzen. Ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und er guckt sie auch noch so an. Und ich meine, selbst Lea, die ja eigentlich keine Ahnung hat, wer er ist, selbst die versteht, okay, ich vermute, er wird meine Mutter gekannt haben. Und die Story hat natürlich auch wunderbar funktioniert. Das war mal eine ordentliche Story als Ausrede. Die meisten Ausredestorys sind seltsam. Das ist ja auch, als sie bei Frack einsteigen, als sie sagen, was macht ihr hier? Ja, wir haben uns verlaufen. Das ist eine seltsame Geschichte. Sagt er ja direkt. Und ich dachte so, okay. Das fand ich ganz gut noch als Ausrede, wie er das so erklärt hat, dass er eben den Namen verwechselt von seiner Frau und seiner Tochter und so, ja, weil er so in Trauer ist. Wenn ich jetzt überlege, dieser eine Stormtrooper, dem das mit dem Namen aufgefallen ist, ich glaube, das ist auch der, der gefragt hat, also von wegen, ja, was macht ihr? Ach ja, ist eine lange Geschichte. Ja, ist ein langer Vater, erzähl doch mal. Genau. Ja, das fand ich auch super. Das war das Elbe, meine ich. Misstrauisch. Ja, ja. Mir blieb bei dieser Szene am meisten halt hängen, also wo ich dann jegliche Kritik an der Lea-Darstellerin, ich habe jetzt ihren Namen nicht parat, überhaupt nicht mehr verstehen kann. Vivi Lura. Ja, weil nur dieser kurze Moment, wenn er sagt, wenn ich sie ansehe, dann sehe ich immer ihre Mutter, wie sie ihn dann ansieht und wirklich mit so viel Intuition und sofort merkt, aha, du sprichst über meine Mutter, wie viel Tiefe sie in diesen Blick legt, das ist für eine Kinderdarstellerin wirklich schon sehr beeindruckend. Ja, das ist auch, also, ist auch mit die schönste emotionale Szene dann eigentlich, die dann kommt zwischen denen, ne? Ja, aber ich finde ja, also der Folgedialog, der dann ja noch kommt, den finde ich noch viel herzzerreißender, als sie dann eben fragt, und bist du mein Vater? Ja, diese Hoffnung. Also, kanntest du meine Mutter? Und sie, und er sagte ja, also ja, und bist du mein Vater? Und er dann eben sagt, ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre es, aber nein, ich bin es nicht. Nee, dein Vater ist der, der später kommt. Ja, ja. Ja, naja, also, aber, aber, also, ich bin ja jetzt kein Obi-Wan-Kenobi-Partnership, aber, aber ich schwör euch, alle Schipper da draußen in dieser Star-Wars-Welt sind kurz mal Bonkers gegangen, als er das gesagt hat. Also, das ist noch passender, ein passender Satz für die folgenden 17.000 Fan-Fiction, die kommen werden, den gibt es nicht. Also, da wusste ich auch, ich dachte so, yeah, Schippers for the win. Es war sehr herzzerreißend alles. Aber an der Stelle merkst du halt auch, dass sie sich wirklich, also, allein schon, äh, sie sprach ja auch, als er dieses Beispiel gebracht hat, hier von wegen mit Licht an, Licht aus, ähm, in dem, in dem Frachter, sprach sie ja auch schon von Geborgenheit. Und man merkt, dass bei ihr schon völlig fast so eine, ja, so eine, so eine kindliche Hoffnung, oder, dass er wirklich ihr Vater sein könnte, weil sie sich, weil sie wirklich anfängt, sich bei ihm geborgen und heimisch zu fühlen. Ne? Das war auch sehr, sehr schön. Und, äh, wie er dann, ja, äh, wie wir tatsächlich dann, hier fast ein bisschen, ja, schon Background zu Obi-Wan bekommen. Mhm. Toll. Schön. Toll, toll, toll. Ja. Und da muss ich euch kurz fragen, weil ihr kennt euch da besser aus. Ähm, ich habe tatsächlich sowohl Clone Wars als auch Rebels, also Clone Wars habe ich tatsächlich nur in Auszügen gesehen, bin aber jetzt dabei, das, das Wichtige zwischendrinnen abzuholen. Ja, äh, aber, wir haben eigentlich keinen Background zu, zu Obi-Wan Kenobi aus seiner Kindheit, oder gibt es den? Und ich habe den nur nicht mitgekriegt. Oh. Oder ist es jetzt wirklich das erste Mal, dass wir was zu Obi-Wans Background-Geschichte als Kind hören, denn ich habe da noch nie irgendwas im Fandom mitgesehen gehabt. Also, und ich rede vom, vom, ähm, vom Alpha kennen, also nicht vom, vom B. Ja, ich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, also ich, ich weiß, dass da mal irgendwas angedeutet wurde. Ich meine, es gibt ja auch, vor allem in Clone Wars, gibt es dann ja auch diese, ähm, Herzogin Satin von Mandalore. Genau, aber das ist ja nicht seine Kindheit, das ist ja dann, genau. Das ist der Background. Hier habe ich mir auch alle nochmal angeguckt, als Vorbereitung, genau. Also es, es könnte, es könnte in die Richtung, wer weiß, vielleicht teasert das ja auch schon was an, weil ich hatte ja gesagt, es kommt ja nächstes Jahr diese Animationsserie Tales of the Jedi, die eventuell, also die soll zum Beispiel, äh, Ahsoka Tano als Kind zeigen, in irgendeiner Kommune, also wirklich als Baby. Oder auch davon handeln, wie Count Dooku auf die dunkle Seite gewechselt ist und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, also jetzt mal ehrlich, sie werden wohl kaum Obi-Wan bei sowas ausklammern und da könnte, da könnte was kommen. Aber ich fand es, ich fand es sehr schön, dass er sagt, dass er so fragmentarische Erinnerungen eigentlich nur noch so an sein, seine Familie hat, also weiß ich nicht, an, ähm, den, den Schal seiner Mutter oder die Hände seines Vaters oder so in die Richtung. Das erinnerte dann auch daran, was Leia dann nämlich auch in Episode 6 sagt, äh, dass sie so verschwommene Bilder und Gefühle hat, was ihre Mutter angeht, was natürlich im Hinblick auf den neuen Canon keinen Sinn mehr macht, aber naja. Ja gut, dass sie halt immer traurig war, ja genau, richtig. Ähm, hier fand ich auch sehr schön, äh, dass er ja meinte, da war ein Baby und, und Leia das, ein Baby? Ja. Und er so, ja, ich glaube, ich hatte einen Bruder. Das war so, und alle so, oh mein Gott, Obi, war genau, er hat einen Bruder. Ich hab schon wieder 17.000 andere Fanfixen. Also es war wirklich so, ja, 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 also alleine diese Episode, die gibt mir tausend Varianten. Nichtsdestotrotz, was ich aber auch sehr spannend fand hier, tatsächlich, als er das erzählt hat, man denkt ja immer, die Jedi sind das Ideal. Und man weiß auch, dass die die Jüngling, ich weiß gar nicht, was heißt denn Youngling, wie wird das denn in der deutschen Synchronisation übersetzt, doch Jüngling, also dass die Jünglinge ja aus ihren Familien rausgeholt werden und so weiter, das wissen wir ja, aber ich hab tatsächlich, und wir wissen auch, dass Jedi ja eigentlich autark sein sollen, also die soll ja keine Verbindung oder so eingehen. Aber ich dachte, das wäre erst dann, wenn sie erwachsen sind. Als Jüngling war mir das irgendwie noch gar nicht so bewusst, deswegen, als er das so erzählte, dachte ich, das ist eigentlich schon ein ganz schön harsches System. Also die Kinder wirklich im jüngsten Alter aus ihrer familiären Geborgenheit rauszureißen und sie dann eben zu schulen und ja, er hat ja dann eben das Ganze dann wieder ein bisschen besänftigt, weil er gesagt hat, er hat in den Jedi eine neue Familie gefunden. Aber alleine diese Tatsache, dass die da so rausgerissen werden, das fand ich eigentlich keine so positive Darstellung des Prozesses des Jedis werden. Ja. Und das fand ich hier als kleinen Kritikpunkt interessant. Ja, das ist ja angelehnt tatsächlich auch an dem Buddhismus, soweit ich weiß. Also hier zum Beispiel mit, weiß ich nicht, der Dalai Lama zum Beispiel ist ja auch als Kind früh abberufen worden. Daran orientiert sich das natürlich auch oder irgendwie auch an Mönchs. Also letzten Endes sind die Jedi ja ein Mönchsorden. Ich musste auch, als er zum Beispiel sagte, ja, ich verließ meine Familie und bekam eine ganz neue, da musste ich sogar an die Nachtwache aus Game of Thrones denken. An der Stelle. Ist ja auch, ist ja auch ein asketischer Orden. Also das, das steckt ja alles drin. Ja, ja. Das ist nur insofern interessant, weil ja die Jedi immer so das große Ideal ist und sie sind die Guten und überhaupt alles ist super. Nein, eben nicht. Also es ist eben nicht alles so super. Es gibt auch hier und da vielleicht mal Schattenseiten. Aber dann guck dir dahingehend auf jeden Fall Clone Wars an, weil da siehst du dann ja, wie die diese Jedi-Holocons haben, wo die Namen der Jünglinge gespeichert sind, der Potenziellen und wie die dann wirklich als ganz kleine Kinder in den Jedi-Tempel kommen. Es geht natürlich auch darum, deshalb wurde ja auch bei Anakin in Episode 1 gesagt, dass er zu alt ist. Die haben dann schon zu viel, die sind dann nicht mehr formbar. Das ist es halt. Naja, wunderbare, schöne Szene. Also kann ich nur noch mal sagen, Deborah Chow beherrscht so was. Ja, und dann kommen wir jetzt auch, glaube ich, prompt zu etwas, was Deborah Chow nicht so, nicht so beherrscht, was mich echt überrascht mittlerweile, weil die Frau, das kann ich nur noch mal sagen, die hat mit die größten Action-Set-Pieces in der ersten Staffel The Mandalorian gedreht. Also weiß ich nicht, die dritte Folge zum Beispiel, wo die ganzen Mandalorianer da irgendwie zur Hilfe kommen und da ein ziemliches Actionfest abgefeiert wird und dann auch in Episode 7, glaube ich, wo dann hier, wie heißt der nochmal, Grand Moff Gideon, wenn also hier Giancarlo Esposito dann auf den Plan tritt. Aber naja, was sehen wir denn, Christopher? Magst du mal weitermachen? Ja, wir kommen an eine Straßensperre, Laser-Straßensperre, sozusagen Blaster-Straßensperre, nenne ich sie jetzt einfach, wo alle gebeten werden auszusteigen und wo eben ein Scan vorgenommen wird an Obi-Wan. Er legt sofort die Kapuze auf, hofft, dass das irgendwie ein wenig verdecken könnte, aber das tut es nicht. Der Scan erkennt ihn und dann sieht er eigentlich auch keine andere Möglichkeit mehr. Er zückt den Blaster, schießt den Druiden ab, feuert auf mehrere Stormtrooper, kann sich ihn auch leicht erwehren eigentlich, aber einer von denen schnappt sich Leia, er will zuerst den Blaster zu Boden legen, kann ihn aber doch ausschalten und schaltet auch den Stormtrooper oben an dieser Absperrung ab, aus, der dann herabfällt und von den Lasern zweigeteilt wird. Ja, das war nicht unbedingt nötig, sah aber ganz lustig aus. Hashtag Disney Plus, ne? Sag ich nur einmal mehr. You know for kids. Ja, for kids. Wobei ja trotzdem im Star Wars-Canon an sich üblich. Ja, ja, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Wir verlieren immer Arme und Beine, eben richtig. Aber es ist schon für eine ... Wir halten die Tradition. Es wurde auch schon öfters jemand in der Mitte durchgeschnitten, Maul und so weiter. Wir halten die Tradition aufrecht. Gerade die blutrünstige Tradition behalten wir aufrecht. Was hier noch sehr interessant ist, dieser Frack offenbart sich doch irgendwie als relativ verschlagen, ne? Der gibt nämlich den Hinweis von wegen so, ja, hier, ich hab ein paar Streune angesammelt, nimmt die mal unter die Lupe, ne? Die sind schon irgendwie verdächtig. Dieser Droide, dieser Suchdroide, der ja eigentlich ursprünglich dann von Moses Ingram losgeschickt wurde, der kommt ja auch erst, als die Stormtrooper den anfordern, ne? Die bitten ihn ja irgendwie rauszugehen und der ja irgendwie, ja, Protokoll 24 oder sowas, ne? Und dann kommt erst dieser Suchdroide an und sie versuchen dann, Obi-Wans Gesicht draufzukriegen unter der Kapuze. und ja, das gelingt. Und der kann dann, wie wir dann auch später erfahren, noch sein Signal übermitteln an, äh, ja, Moses Ingram eben. Ja, Reaver. Genau, ich sag mal Moses Ingram. Äh. Kein Problem. Wir wissen, wie du meinst. Ich find den Namen, also dass der Name Moses Unisex ist, find ich auch irgendwie interessant, aber okay. Ist eigentlich eine sehr tolle Schauspieler, auch schon in der Star-Gambit gewesen. Und ja, das Signal wird übermittelt und Obi-Wan wird identifiziert, kann aber diesen Druiden in dem Moment eigentlich ausschalten und die anderen Stormtrooper auch. Ja, ist, äh, bis zu dem Zeitpunkt zumindest eine okaye Action-Szene. Ähm, eine kurze Frage. War ich die Einzige, die sich gefragt hat, warum der, äh, warum Obi-Wan die, äh, Soldaten nicht einfach mal kurz mit der Macht, äh, beeinflusst hat? Also ich meine, ja, man kann es so erklären, Obi-Wan hat sich an der Macht verschlossen und, äh, hat auch, wie wir ja gesehen haben in der zweiten Episode, als er Lea kurz noch vor dem Fall rettete, eigentlich nicht mal so wirklich den Griff, was die Macht angeht. Also der muss da wieder, glaube ich, echt ein bisschen reinkommen und üben. Aber sonst haben wir noch den ganz klassischen Obi-Wan Kenobi gehabt, der einmal so Wischbewegung von links nach rechts, du hast uns nicht gesehen, die Tür ist zu, ich bin der und der. Und ich hab da so gestanden und dachte, warum? Also das wäre die einfachste Lösung gewesen. Und dass er das nicht mit allen Soldaten machen kann, okay, aber als da der Soldat direkt vor ihm stand, hätte er doch einfach nur sagen müssen, du lässt uns jetzt gehen. Und dann hätte sich der Soldat umgedreht und hätte geschrien, alles in Ordnung, ich hab gecheckt, ich lass sie gehen, so irgendwie. Und das war so ein bisschen so, warum? Ja, vor allem. Ja, das war so meine Frage. Sippelste, weil wir zu dem Zeitpunkt schon länger keine Action-Sequenz mehr hatten. Es brauchte wieder ein Action. Ja, wahrscheinlich. Und weil Obi-Wan auch einfach nicht mehr fit ist mit der Macht. Ist in Ordnung. Ja, das finde ich aber unter dem Gesichtspunkt schade. Also das hatte ich ja in Folge 2 gesagt, dass ich das schön finde, dass auch so ein bisschen so seine Verwegenheit eigentlich wieder durchkam, als er auf Kumail Nanjani getroffen ist. Auf der anderen Seite hat Lea ja auch Lea genannt. Also vielleicht ist er echt nicht bei sich. Ich denke auch, dass irgendwie auch Erinnerungen eventuell an diesen Planeten hochkommen bei ihm. Und der ist irgendwie, ja, der ist wirklich nicht so ganz bei sich. Das merkt man. Und vielleicht hat er irgendwie auch einfach, ja, Angst, die Macht irgendwie zu benutzen. Beziehungsweise vertraut er nicht so wirklich drauf. Und er ist halt auch wirklich unter Druck irgendwie in dieser ganzen Situation. Das ist alles doch schon, er ist ja in der ganzen Folge, würde ich sagen, wird er eigentlich immer weiter in die Ecke gedrängt. In seinem Zustand. Und er wirkt ja irgendwie fast schon wirklich, also er wirkt wirklich fast schon ein bisschen rustikal. Und ich finde das auch ganz toll, dass man bei Hugh McGregor, also insbesondere in dieser Szene, wo er vorher mit Lea spricht, sieht man das wirklich auch so, ja, so die Erfahrung oder so auch die Jahre so wirklich so in sein Gesicht gegraben sind. Also man darf nicht vergessen, er hat jetzt schon zehn Jahre in der Wüste gelebt. Also das ist schon toll. Aber dann macht er jetzt trotzdem irgendwie was, was ein bisschen doof ist, ne? Ja, also ihr meintet ja, diese Szene hat euch dann als Action-Szene nicht so überzeugt. Wenn er jetzt da eben alle ausmockt. Genau, alle ausmockt und dann Lea noch befreit. Die war jetzt nicht großartig, aber wie, ja, also bisher fehlt mir bei den Action-Sequenzen. Das war auch so bei den Verfolgungsjagden über die Dächer in der Folge davor. Ja, es fehlt die Wucht, es fehlt auch ein gewisses Tempo. Es ist alles sehr behutsam bis jetzt. Also ein richtig großes Action-Highlight fehlt mir noch. Die Bilder sehen toll aus, aber ein Gefühl von Eskalation und Steigerung, das fehlt hier ganz deutlich bis jetzt bei den Action-Sequenzen. Ich frage mich halt, wie viel davon dem allgemeinen Charakter der Psyche von Obi-Wan Kenobi geschuldet ist. Denn ja, also viele, ja, das gilt nicht für alle Action-Szenen, aber doch die Action-Szenen, in denen er drinnen vorkommt, vielleicht fehlt denen ja auch irgendwie ein bisschen absichtlich die Wucht, weil man damit auch darstellen möchte, ja, das ist eben nicht der klassische Obi-Wan Kenobi, den wir kennen, der durchgreift, der das alles irgendwie wuppt, sondern der ist halt einfach noch nicht so ganz wieder da, wo er war als vor zehn Jahren. Aber das ist natürlich eine sehr einfache Entwicklung. Nee, auch ich finde die gar nicht verkehrt, nur sie greift dann halt nicht, vor allem bei dieser Szene halt in der ersten Folge halt, diese Verfolgungsjagd mit Leia, die halt auch inszenatorisch ein bisschen unbeholfen ist und das schleicht sich hier irgendwie so durch. Also das wundert mich halt, weil wie gesagt, Deborah Chow hat wirklich große Action-Set-Pieces gehabt in The Mandalorian und hat aufgrund dessen diesen Job hier erhalten. Das ist schon irgendwie irritierend. Aber na ja. Ach so, ich wollte nur sagen, hattet ihr nicht auch spekuliert, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass eben durch die Corona-Drehbedingungen das irgendwie alles so gestückelt gewesen ist oder dass man also nicht so richtig in Gang gekommen ist oder in Schwung oder man weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, dass, und das ist ja auch schon, also hier, ich hab's ja nicht gesehen, aber Book of Boba Fett hab ich ja jetzt von vielen gehört und ich mein, die ist ja von Robert Rodriguez inszeniert, dass da auch eine Verfolgungsjagd mit Speedern ist, die wohl wirklich somit das Schlechteste ist, was man bei Star Wars gesehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also beide Serien wurden ja wirklich 100 Prozent unter Corona gedreht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Filmemacher gibt oder Crews an sich vielleicht auch, die sich, ja, mal leichter, mal schwerer mit diesen Bedingungen tun. Also wenn du zum Beispiel auch hörst, wie Matt Reeves damit auch gehadert hat beim Dreh von The Batman, der sich ja ewig in die Länge gezogen hat. Und ja, hier kommen dann vielleicht auch noch die Rewrites zu. Man muss nämlich auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber diese Folge hat tatsächlich ganze vier Drehbuch-Credits. Hab ich gesehen, ja. Das ist schon krass, also. Hatten das jetzt ja alle Folgen? Nee, die anderen nicht. Also wir haben hier tatsächlich Hossein Amini, immer noch so Spurenelemente drin. Dann Joby Harald als Showrunner, mehr oder weniger. Dann ist neun zugekommen, Hannah Friedman und Stuart Beattie auch noch. Also, wobei ich muss sagen, für so einen wirklich schon Writer's Room wirkt diese Folge doch über weite Strecken recht konsistent. Eigentlich sogar konsistenter als die davor, würde ich sagen. Aber okay. Und dann kommt leider wirklich ein dämlicher Moment mit diesem, ja, mit dieser Cyber-Absperrung. statt einfach mit Leia drumherum zu gehen. Und man sieht auch, dass diese Absperrung jetzt nicht irgendwie, also, weiß ich nicht. Das wirkte echt schon unfreiwillig komisch an der Stelle. Dass sie sich vor allen Dingen nicht so einfach ausschalten ließ. Ja. Warum muss der denn noch gezeigt werden, dass er da mit der Handhabung Probleme hat? Ja. Ich dachte, da muss ein Kot oder so eingegeben werden. Gegen eine Absperrung. Aber er hat's dann ja einfach weggeballert. Er hat's ja weggeballert, so wie Luke hier im Todesstern. So von wegen, ah, das hält ne Weile. Und dann kommen noch mehr Stormtroop. Ja, noch mehr. Die ihnen sagen, runter auf die Knie. Und da kann er dann den Kampf nicht aufnehmen. Und beide gehen runter auf die Knie. Doch, es kommt überraschend Verstärkung. Verkleidete Verstärkung. Verkleidete Verstärkung, ja. Ja, da ist natürlich der Nachteil, wenn man die Schauspielerin kennt, und ich kannte das Gesicht, war mir schon klar, okay, die ist wahrscheinlich nicht böse. Die Überraschung war ein bisschen weg. Ah, wer weiß, woher man sie kennt, da ist sie böse. Ja, okay. Christopher, ich weiß nicht, wie's bei dir ist. Kanntest du die Darstellerin? Nein, überhaupt nicht. Ich hab zuerst mich gefragt, ist das ein Charakter, der schon eingeführt wurde? Weil sie kommt aus dem Nichts und hilft denen. Ich dachte, zuerst hab ich irgendwas verpasst. Ich konnte mit der momentan gar nichts anfangen. Ist vielleicht auch beabsichtigt, ne? Also, ja, gut, ich kannte sie, Britt-Marie dann wahrscheinlich auch. Ich kannte sie halt aus Game of Thrones, wo sie, ja, äh, ziemliches Miststück ist eigentlich, ne? Ja, ich kenn sie, die spielt auch ganz oft ganz viele Nebenrollen. Also, ich glaub, die letzte, in der ich sie gesehen hab, war tatsächlich in Star Trek Picard. Ach, da war sie auch drin. Da war nur ein Mini-Auftritt. Ja, aber nur eine Folge lang. Ja, sie ist bestimmt Fan-Girl, ja. Kann sein, ja. Genau, also man, man hatte sie ja schon in den Trailern, äh, gesehen. Da hatte man auch schon gesehen, dass das wohl irgendwie eine weibliche Offizierung ist. Aber ich hatte sie tatsächlich da nicht erkannt. Jedenfalls, ja, sie kommt Obi-Wan zur Hilfe. Und outet sich dann direkt eigentlich als diejenige, auf die sie eigentlich gewartet haben an der haptbezahlen Stelle. Ja, und weißt du was? Ja. Als Zuschauer sitzt du dann da und denkst dir nur so, oh, Obi-Wan, hättest du nur mal fünf Minuten länger gewartet, hättest du den ganzen Kram dir erspart, ey. Und das Witzige war noch, dass am Anfang Lea noch zu ihm sagte, sollen wir nicht einfach warten? Und er so, nein, wir laufen. Und dann kommt ja dieser Frachter-Typ vorbei. Und dann sagt ja Lea, ach komm, wir fahren mit ihm dann lieber mit. Und ich dachte so, okay, also, when in doubt, listen to Lea. Wobei Leas Idee war es ja auch, da einzusteigen. Also, es war vielleicht dann doch nicht listen to Lea. Aber es war so ein bisschen so, ach, ja, ihr hättet euch das alles sparen können. Aber gut, das war auch so ihr Vorwurf so ein bisschen so, ich war nur fünf Minuten zu spät. Ich fand aber auch Obi-Wan tatsächlich, das fand ich schon echt irgendwie auch bitter, wie der wirklich vor diesen Stormtroopern auf die Knie geht. Und ich wirklich den Eindruck hatte, dass der sich jetzt irgendwie völlig seinem Schicksal ergibt gerade. Das fand ich echt bedrückend schon, diesen Moment. Ja, man sieht halt einfach, nochmal, es wird einfach wieder und wieder unterstrichen, dass wir hier eben nicht den Obi-Wan vor uns haben, den wir kennen und dass der einfach fertig ist, dass der sich seinem Schicksal ergeben hat. Das haben ja auch schon welche ins Feld geführt, dass sie den Eindruck haben, dass man das Konzept, was man mit Luke gebracht hatte in Episode 8, dass sie das hier mit Obi-Wan eigentlich diesmal richtig anwenden. Das habe ich tatsächlich jetzt schon öfters gelesen. Hm, interessant. Aber gut, da kann man sicherlich drüber streiten. Ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ja, dann haben wir wieder einen Schnitt zum Inquisitoren-Hauptquartier, wo sie jetzt mittlerweile das Signal empfangen haben und eben jetzt wissen, dass er auf dem Mapu so ist. Es ist ja, es ist, glaube ich, eine Bergbau-Dings, ne? Bergbau. Mhm, genau, Erz wird abgebaut, richtig. Genau, richtig, beziehungsweise was davon übrig ist. Und dann, ja, geht es darum, dass der, du hast wirklich recht, der fünfte Bruder, ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen, der fünfte Bruder und Reva sich eben eigentlich fast schon wieder an die Köpfe kriegen, beziehungsweise, äh, dass sie, äh, sich eigentlich drum streiten, wer im Auftrag von Lord Vader sich jetzt dorthin begibt beziehungsweise dann auch an Lord Vaders Seite stehen wird. Äh, ja, da war jetzt eigentlich nichts mehr großartig, ne? Wir sehen da tatsächlich noch eine andere Schwester, die ja auch ein Alien ist, glaube ich, ne? Ich glaube, die siebte, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, 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 genau. Ich, ich habe noch ein bisschen geschmunzelt, weil ich dachte, wenn zwei sich streiten, also am Ende geht sie dann noch nach, ja, 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 aus dem Kampf hervor, wer weiß es denn? Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte richtig, genau. Ja. Dann haben wir einen Sprung zu, ähm, zu Obi-Wan, der mit Thala heißt sie ja, glaube ich, ne? Ja. Thala, du riechst, ja. Die, die strommern, äh, dann da zu so einer Siedlung hin und sie sagt dann irgendwie, ja, wir haben einen, irgendwie einen Raumfrachter und einen Piloten gechartert, aber der liegt erst ein paar Stunden ab und bis dahin müsst ihr irgendwo untertauchen, weil die ganze Stadt wird abgeriegelt und der Jedi wird gesucht. Und dann dachte ich mir so, weil Werner hatte das ja, schöne Grüße an den Kollegen, letzte Woche gesagt, dass ja auch schon bei der Serie so gemutmaßt wurde, ja, könnte es ein Han Solo-Kameo geben? Und dann dachte ich mir so, ja, oh, sie haben einen Raumfrachter gechartert mit einem Pilot, der aber erst in ein paar Stunden losfliegt. Und dann so, machen sie es jetzt oder machen sie es nicht? Aber das wäre ja völlig absurd gewesen, eigentlich von der Timeline her, ne? Ja, nicht wirklich. Man könnte, wie heißt der gute junge Mann, Eldon Ehrenreich zurückholen, aber ich glaube, der ist fertig damit. Also, das Echo zu seinem Solo-Film, das wird er nicht so schnell vergessen. Er versucht sich dafür jetzt auch in Oppenheimer, genau wie Benny Safdie. Ja. Ja, obwohl, ach, Eldon Ehrenreich tut mir irgendwie auch ein bisschen leid, der konnte eigentlich nur verlieren. Ich kenne ein paar, die den ganz nett fanden eigentlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hier, Handliere. Also, ich fand ihn, ich finde, der hat unverdient zu harsche Kritik bekommen. Ich kann durchaus nachvollziehen, wo die eine oder andere Kritik herkommt, aber als unterhalb seiner Popcorn-Film geht er absolut durch. Und es gab Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben. Also, ich komme mit dem Film gut zurecht, aber er war halt viel, viel zu lang. Aber, ja. Also, ich fand, der hat unverdient so böse Kritik gekriegt. Aber, ja, das ist ein anderes Fass. Das machen wir jetzt nicht auf. Kommen wir zurück zu den Safe-Häusern, also zu diesen Unterschlupfen, wo sie da jetzt ja unterkriegen. Und was kriegen wir präsentiert? Wir kriegen ja quasi erzählt, was wir vermutet haben. Wir haben hier ein ganzes Spionage-Untergrund-Netzwerk, das es offensichtlich gibt, das existiert, genannt der Pfad. The Path. Und das erinnerte mich natürlich so ein bisschen klar, das ist wahrscheinlich auch so nach dem Vorbild von, so an diese Underground Railway Station, wisst ihr, in den USA, wo Sklaven geschmuggelt worden sind. Richtig. Die da rausgeschmuggelt worden sind. Ja, wusste ich richtig dran. Daran erinnerte das mich total. Ja, ja. Also, ich meine, das ist natürlich ein Konzept, das gibt es auch in verschiedenen anderen Möglichkeiten. Das war jetzt mein Referenzrahmen, wo ich sofort dran denken musste. Die schon. Und wer uns auch übrigens vorgestellt wurde, in dem Zusammenhang ist ja der Loader, also diese Androide, der sie ja da reinlässt, der ja auch nicht sprechen kann. Genau. Und das fand ich auch eine sehr niedliche Szene mit Lea, wo sie ja mit ihm spricht und auch sagt, dass es Lola sich ja vorstellen soll und die dann da so piepst und er halt nicht reagiert. Und sie dann sagt, warum sagt er denn nichts? Und dann eben Tala sagt, ja, also Loader können nicht kommunizieren. Also, dass da einfach auch, es wirkt ein bisschen grausam in dem Moment auch. Man geht halt davon aus, das ist halt eine unwichtigere Lebensform oder eben nicht Lebensform, eine unwichtigere, ja, Entität in dem Fall. Und die muss halt nicht sprechen können, so. Und dann fragt sie ja auch noch, und das wird ja dann noch später wichtig, fragt sie ja auch noch, ja, aber wie spricht er denn dann mit ihm? Also, wie sagt er denn dann, was er sagen möchte? Und dann sagt ja Tala schon so bedeutungsschwanger, Taten sprechen mehr als Worte. Also, Taten sind es, die das ausmachen. Und das wird ja dann später am Ende nochmal wichtig. Und das war aber tatsächlich ein Androide, der hat mir sehr gut gefallen. Den fand ich sehr sympathisch. Da renne ich sogar nach. Auch mit, ich glaube, Batsby. Ja, aber ich hab ihn vergessen, PP, irgendwie ist PP-Null irgendwas. Ja, vielleicht. Batsby, irgendwie so. Shame on me, ich hab's mir nicht nur gehört. Alles gut. Es war halt schön, einfach mal einen Androiden zu sehen in Star Wars, der gar nichts von sich gibt. Weder in endlos Räderanfälle hineinfällt, noch Bip-Bap-Bop-Bip. Ja. Und einfach mal jemanden, der still ist und sein Tagwerk macht. Wenn man mal drüber nachdenkt, das sieht man da eigentlich nie. Normalerweise sind alle Androiden dort schreckliche Quasselstritten. Ja. Ja. Nichts gegen C3PO, aber ja. Stille, ja, der stille Riese, der halt hier quasi Wache hält am Eingang. Und dann eben natürlich im Zuge dessen dann eben auch die Unterhaltung. Also sie erzählt ja dann, es gibt eben den Pfad. Und sie schmuggeln Jünglinge, beziehungsweise machtsensitive Lebewesen oder aber eben Leute, Lebewesen, wie auch immer, die in irgendeiner Form sich es mit dem Imperium verscharzt haben, raus. Mhm. Weil sie ja eben sagt, dass aktuell das Imperium wirklich alle, die in irgendeiner Form auch nur ein bisschen Machtsensitivität an den Tag legen, ja jagen. Und dass man dann aber auch nicht weiß, was das denen wird. Also ich finde in dem Moment, in dem Lea halt fragt, was dann mit denen passiert. Und sie meint, wir sehen sie nie wieder. Und dann wirft sie ja aber Obi-Wan Kenobi schon so einen bedeutungsschwangeren Blick zu. Und die beiden Erwachsenen wissen, okay, die werden wahrscheinlich getötet. Aber die wollen es nicht sagen, weil sie Lea ja nicht erzählen möchten, dass da Kinder getötet werden. Das ist schon, das ist eine sehr schöne Szene. Das funktioniert vom Zwischenspiel her zwischen den beiden Schauspielern oder Charakteren auch sehr schön. Und dann natürlich aber auch diese Wand, die war schon sehr on the nose. Aber wo halt eingeritzt, die Leute sich eingeritzt haben. Also ich war hier. Ja, ja, Iris hier. Wie war das so? Ja, ja, genau. Und da fiel aber ein Name, da fiel ein Name, über den ich mich echt gefreut habe. Ihr habt den wahrscheinlich echt nur so am Rande. Er sagt halt eben wie Quinlan. Ich hab ihn mir gegobelt. Ja, Quinlan Vos. Ein sehr unkonventioneller Jedi, mit dem Obi-Wan eine sehr absurde Mission hat in Clone Wars, wo sie zusammen auf den Heimatplaneten der Hutten müssen und unter anderem auf Jabba's Mutter treffen. Eine sehr schräge Folge. Und Quinlan Vos ist halt so ein richtiger Hitzkopf, der halt mitten ins Abenteuer reinspringt und halt eigentlich immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Also der halt so ein richtiger Dude ist. Und Obi-Wan fremdelt eigentlich ziemlich mit dem in Clone Wars. Weil Obi-Wan ist ja jemand, der wirklich sich, also wirklich exakt an den Jedi-Kodex hält und exakt an die Vorgaben und Befehle des Jedi-Rates. Ne? Und Quinlan Vos ist halt, ja. Ja, genau. Ich hatte nämlich auch gelesen, dass der öfter mal auch so Missionen übernommen hat, wo er eben in den kriminellen Untergrund musste und dann eben mit den Kriminellen zusammengearbeitet hat. Ob das Schmuggelmissionen waren oder irgendwelche anderen Dinge. Also so ein bisschen immer im Graubereich und das passt natürlich von dem ganzen Bild her auch sehr gut jetzt hier zu dieser Pfadorganisation, die ja eben auch genau so dieses Schmuggeln und dieses alles im Graubereich unterwegs und so. Ich meine, wir sind zwar jetzt auf der guten Seite, aber es passt zu diesem ganzen Bild, das ich von Quinlan Vos dann hatte, obwohl ich ihn ja nicht kannte. Ja. Und hier kommt dann jetzt aber, finde ich, eine extrem wichtige Szene. Und zwar hat ja dann Quinlan an diese Wand geschrieben etwas und dann fragt ja auch Lea, was denn? Und dann sagt er, only when the eyes are closed can you truly see. Also nur wenn deine Augen geschlossen sind, kannst du wirklich sehen. Und dann fragt sie, was denn sehen? Und dann sagt er, the way. Ja, this is the way. War ich die Einzige, die sofort an den anderen Hörigen gedacht hat? Natürlich nicht. Also ich meine, es war noch deutlicher. Es kann natürlich auch was anderes bedeuten, selbstverständlich. Das kann bedeuten, das kann sich beziehen auf zum Beispiel die Kommunikation zwischen Qui-Gon oder Nicht-Kommunikation zwischen Qui-Gon und Obi-Wan. Es kann sich beziehen auf Obi-Wans Verhältnis zu Macht und dass er sich öffnen muss dem Ganzen und die Augen öffnen muss oder eben schließen, damit er da richtig wieder reinkommt. Es gibt tausendeine Interpretationen, aber ich habe noch eine. Und ich erzähle euch gleich die Theorie, aber erst mal dürft ihr noch was sagen. Also hattet ihr da irgendwie, ich weiß nicht, was war eure, was ist euer Take, was dieses Zitat angeht? Ich weiß nicht genau, sagt er im Original, sagt er Path, weil im Deutschen haben sie es übersetzt mit Pfad? Nicht, er sagt The Way. Okay, ja. Also die Organisation heißt The Path, aber auf die Frage von Lea, was siehst du denn, nachdem er das Zitat bringt, sagt er The Way. Okay, okay. Ja, dann. Also wirklich wörtlich wie Mandalorian, also That is the Way, also beziehungsweise, ja. Ja gut, This is Way kann ich nicht mehr hören. Ja, ach, ich mag den, meine Leute. Also meine Theorie, ein bisschen, vielleicht mag sie zu weit interpretiert sein, ihr dürft jetzt gleich schimpfen, wenn das der Fall ist, aber ich erwarte, also ich vermute, dass das ein, und also ihr habt es jetzt von mir gehört, wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, Leute, dann komme ich hier in Folge 6 nochmal vorbei oder im Recap von der ganzen Serie. Also, ich vermute, es wird ein Crossover angeteasert zum Mandalorian, also dass es sich wirklich bezieht auf diesen Standardsatz, ich glaube, das kann kein Zufall sein, von That is the Way. Also Timeline-mäßig wird das aber schwierig, oder? Ja, pass auf, pass auf. Okay. Also, das Ganze spielt 19 Jahre vor dem Mandalorian. Also, da hast du recht, Timeline-mäßig kann es schwierig sein, aber Obi-Wan hat ja Anknüpfungen an die Mandalorianer durch Satin, weil Satin, Schwester, ist ja, ähm, ähm, Bo-Katan. Ist ja, ist ja, äh, Bo-Katan. Und das heißt, da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Verknüpfung und ich meine, wir wissen, dass Bo-Katan, Spoiler, in Season 3 von Mandalorian auf jeden Fall eine Rolle spielen wird, also sie kommt auf jeden Fall drinne vor und es ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt hier, äh, Quinlan Vos genannt wird, dann ist die, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Obi-Wan Kenobi auf den Mandalorian trifft, das weiß ich nicht. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es einen Crossover geben wird zwischen dem Mandalorian, die Serie und Obi-Wan Kenobi in irgendeiner Form und, äh, entweder über die Schiene mit Boko Harg. Ja, wahrscheinlich. Oder aber über die Schiene, das könnte ich mir auch vorstellen, wobei das ein bisschen sehr weit gefasst ist, über Quinlan Vos, denn wir wissen, Quinlan Vos schmuggelt Younglings, also Jünglinge, raus, die verfolgt werden und wir wissen bis heute nicht, wie Baby Yoda damals, als die Order 66 rausgegeben worden sind, aus dem Tempelritter gerettet worden ist. Wir wissen nicht, wer es war, wir wissen nicht, wie es passiert ist. Ich meine, wäre hier nicht die perfekte Gelegenheit zu sagen, wir, wir kriegen einen Quinlan Vos, der Baby Yoda rettet, aus dem, aus dem, äh, aus dem Tempel. Also da wäre dann vielleicht sogar hier auch eine Schiene, wo man sagen könnte, okay, über die Schiene, vielleicht sogar ein Grogu-Crossover-Auftritt, äh, im, im Obi-Wan-Wan-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand-Wand. Man könnte. Ja, ich finde es sehr spannend. Also Grogu in einer weiteren Rückblick-Szene zur Order 66 halte ich für sehr gut möglich. Die gab es doch auch schon. Die gab es schon im, äh, wenn ich das richtig... Ja, ganz kurz, genau. In The Book of Boba. Aber wir wissen trotzdem immer noch nicht, wer, wer das gewesen ist und warum und wie ist er da rausgekommen und wer hat ihn gerettet und so. Das würde passen. Also gerade auch, wenn jetzt hier The Path vorgestellt wird, ähm, ja. Und dann nochmal eine, ich meine, wenn sie ihn irgendwo unterbringen können, werden sie ihn irgendwo unterbringen, das wäre doch schon fast schon dämlich, wenn sie es nicht tun würden. Mhm. Also das war meine Gedanke so. Nein, da ist eine Menge dran. Das war, äh, eine, eine große, eine große Theorie zu einem kleinen Zitat war das. Ja, also jetzt kommen die, jetzt kommen die, äh, imperialen Soldaten und durchsuchen das Safehouse und, äh, sprechen ja dann mit diesem stummen Riesen beziehungsweise, äh, denken, er versteht sie nicht, während er die ganze Zeit da steht und diesen Hammer hinter seinem Rücken hat. Das fand ich so eine großartige Szene, weil sie ja eben denken, er ist zu dumm und in Wirklichkeit sind sie nur so, so haarscharf an ihrem eigenen Tod vorbeigeschrippt, ja. Und, äh, dann verschwinden sie ja aber auch wieder und dann kommt ja eben, äh, diese große, große Szene, mit der wir alle nicht gerechnet haben, über die wir uns aber, glaube ich, alle gefreut haben, nämlich plötzlich gibt es ja eine Erschütterung in der Macht, wie es immer so schön heißt. So, ja. In, in, in Episode 4 auch und, 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 und Obi-Wan rennt ja dann zum Fenster und es tut mir echt leid, aber ich stand da nur und dachte, verdammt nochmal, geh vom Fenster weg, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja. Weil er eben spürt, spürt, da kommt, da kommt eben irgendwer beziehungsweise irgendwas und es ist ja dann auch Darth Vader, der dann tatsächlich da auftaucht. Ja, und dann kommt die Szene. Dann kommt die Szene, ja, wo Vader durch dieses Dorf stiefelt und ich muss sagen, ich fand das, also hab ich ja schon vorhin mal fallen lassen, ich fand das echt toll, wie das förmlich, also halt wie, wie, wie es einfach inszeniert war, wie du erst halt irgendwie Nahaufnahmen hast von seinen Füßen beziehungsweise Stiefeln, die du eigentlich eh nie so richtig siehst. Meistens in den alten Filmen auch. Dann halt sein, sein Lichtschwert, seine Hände, äh, der Umhang, der hinter ihm herbauscht, also halt wirklich so diese ganze Vader-Ikonografie wird da durchgefeiert und man sieht wirklich, was das für eine Wirkung auf Obi-Wan hat, also da muss ich auch wieder dran denken, da gibt's ja diesen Spruch in Episode 4, wo er dann irgendwie, also wo, wo Vader zu Tag hin sagt von wegen, ja, ich spüre etwas irgendwie, er macht eine, eine Präsenz, die ich schon lange nicht mehr wahrgenommen hab und da hab ich mir gedacht, ist das, also würde das sich aus dem heutigen Verständnis eventuell auf diese Szene hier beziehen? Oder vielleicht sogar noch eine andere, die danach... Ja, genau, richtig, aber wahrscheinlich könnte man dann hier die Verknüpfung zu der Serie ziehen und vor allem, was wirklich krass ist, man sieht, dass Obi-Wan wirklich, also er ist ja schon die ganze Zeit wirklich, äh, ja, perplex eigentlich schon und man sieht, dass er wirklich Angst hat in dem Moment. Also, ich glaub, ich hab noch nie so ne Angst in den Augen von dem gesehen. Und, äh, ja, wie wär der da durchstiefelt? Ich muss sagen, mir gefällt das sogar noch besser als die Szene in Rogue One. Und das hab ich jetzt hier wirklich gesagt, weil ich find es so krass, wie der durch dieses Dorf schreitet und im Vorbeigehen die Zivilisten wirklich eiskalt tötet. Also, da gibt es eine Szene, da packt er jemanden mit der Macht, schleift den durch den Sand, während er nebenher geht, also hinter ihm schleift er durch den Sand und zerdrückt dem dann völlig das Genick mit, mit der Macht und, äh. Ja, und auch, auch der, auch dieses, äh, wo der Sohn rausrennt, weil er ja seinen Vater grad erstickt und dem Sohn dann einfach das Knick bricht. Einfach so. Einfach, weil er's kann. Völlig, diese, völlige Kaltschnäuze. Also, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir sowas in einer Disney-Serie sehen, also. Nein, vor allen Dingen, es ist so rohe Gewalt, weil diese Szene am Ende von Rogue One, die ist zwar cool, aber die geht auch ein bisschen unter im ganzen Blasterfeuer. Ja. Und das, das hast, das hast du hier nicht. Du hast hier wirklich dieses Genickbruch, erstickt jemanden, einfach so ohne irgendwie viele Effekte, schnelle, harte Tode. Aber auch völlig sinnlos. Killing for Sport. Ja, völlig sinnlos, weil, was, was ist, äh, er ist ja, genau, äh, es geht ja gar nicht darum, dass irgendwelche Informationen hier von den Leuten kommen könnten oder so. Nee, einfach alles kann. Ja, reine Machtdemonstration. Also, es ist, ne, ja, so fand ich, fand ich, äh, wirklich, wirklich, wirklich krass. Also, da ist auch eine Stelle, wo, das sieht man auch, da sind eben so Behälter, wo sich irgendwie, glaub ich, nen, nen, äh, ich glaub, nen Vater und sein Kind oder Mutter und ihr Kind, ich weiß nicht, äh, hinter, hinter so, so Behältern versteckt haben. Und die wischt er einfach so mit der Macht beiseite und dreht denen auch die Hälse um. Wirklich, also, ich glaub, ich hab Vader, also, das, das hat mich schon, ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, wie heißt es denn jetzt nochmal, es gibt dieses Videogame Force Unleashed. Und es beginnt damit, dass du als Vader über, über den Wookie-Planeten Kashyyyk marschierst und reihenweise die Wookie-Skillst. Also, wirklich gnadenlos. Und davon hatte das schon was. Und das unter Disney, also, man muss bedenken, The Force Unleashed, das war vor dem, äh, Lukas-Film-Deal mit Disney. Und dass wir sowas in der Disney-Plus-Serie sehen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Also, Chapeau an der Stelle. Also, pff, wirklich stark. Und, ja, und natürlich führt das dann aber auch dazu, nachdem er da jetzt also so langmarschiert, dass die Timeline plötzlich stark nach vorne gelegt worden ist. Das heißt, oh Gott, sie können nicht mal auf irgendwelche Piloten warten, sie müssen jetzt sofort los. Und Thaler kontaktiert ja auch den Piloten und dann gibt's ja diesen, diesen unterirdischen Gang, durch den sie fliehen können. Und Obi-Wan stellt natürlich sehr schnell fest, okay, wenn er da jetzt mitrennt, dann bringt es nichts, äh, besser er versucht, den Luft zu verschaffen, während sie fliehen und lenkt, äh, Anakin ab, beziehungsweise Darth Vader. Und ich dachte noch so, wie zum Teufel will er ihn jetzt ablenken, der wird doch da jetzt nicht rausgehen und mit dem kämpfen. Das war wirklich so, so kurze Panik, ich so, oh Gott. Und, aber wir haben dann genau das ja bekommen, also schon den Kampf. Während dann ja, also Thaler und Leia, äh, äh, wirklich zum Pilotenrennen, was ich übrigens noch ganz niedlich fand, äh, nochmal kurz einen Halbschritt zurück. Leia ist ja im Grunde eine Mini-Thala. Also wenn man die Leia aus Folge 4 sieht, dann ist das ja sozusagen, also ich glaube, die hat sich ein bisschen was abgeguckt bei Thaler da damals. Ja, ja, ja. Als die da unterwegs waren. Die reden ja auch kurz da miteinander, ne? Ja. Genau, genau. Die sagt ja dann auch zu Obi-Wan, die wird eine gute Kämpferin mal, ne? Ja. Genau, genau. Kannst du mir beibringen, wenn man schießt? Ja. Ja. Na ja, und, aber die sind dann eben jetzt am Fliehen und ja, Obi-Wan stellt sich dann Darth Vader. Also das war wirklich für mich tatsächlich sehr überraschend. Ja, und vor allem so irgendwie, also er versucht sich ja wegzuschleichen, dann kommt ja Vader eigentlich mehr oder weniger hinter ihm her. Ja, aber ganz ehrlich, wenn er die Schütterung in der Macht spürt, dann spürt er doch auch, wenn er sich irgendwo hinbewegt, oder? Ja, natürlich. Also das ist wie so ein Magnet, hab ich immer gedacht. Der folgt dem dann einfach. War eine Verzweiflungstat. Vor allen Dingen, mir gefiel da auch seine Körpersprache. Wenn er dann schlussendlich das Lichtschwert zieht, er wirkt fast schon ein bisschen unbeholfen, wie er es hält, wie er kämpft. Da siehst du am meisten von all den Beispielen, die wir in der Folge schon hatten, wie eigentlich, wie stark er aus der Übung ist. Die Balance ist weg, die Eleganz ist weg, da ist nichts mehr von der Art und Weise, wie er früher gekämpft hat. Und es gibt noch eine schöne Zusatzgeschichte mit diesen Lichtschwertern. Und zwar, er macht ja sein Lichtschwert an, also er zieht sein Lichtschwert. Und Darth Vader zieht sein Lichtschwert ja auch. Und dann bleibt ja Obi-Wan Kenobi tatsächlich stehen, verharrt, wie zur Salzsteuer er starrt. Und starrt eben auf Darth Vader mit seinem roten Lichtschwert. Und ich glaube, das war der Moment, als er wirklich dieses rote Lichtschwert gesehen hat. Was ja Symbol ist für die Sith, wo ihm wirklich richtig eindeutig klar geworden ist, obwohl er ja vorher schon diesen Einmarsch gesehen hat von Darth Vader. Aber wo ihm tatsächlich klar wurde, okay, Anakin ist wirklich nicht mehr Anakin. Anakin ist Darth Vader und es gibt kein Anakin mehr. Also ich glaube, dieses rote Licht als Symbol, das hat dazu geführt, dass er da so verharrt ist. Und das ist ja, wie gesagt, so ein kurzer Moment, wo alles erstarrt. Und dann geht es ja erst richtig los. Das fand ich noch irgendwie sehr, sehr einprägsam an dieser Stelle. Du hast ja auch diesen Moment, wo er das Lichtschwert erst in die Hand nimmt. Und dann kurz davor, also da steht ja Vader mit gezogenem Lichtschwert vor ihm. Das ist ja da, wo er sich eigentlich umdreht. Und dann steht er förmlich vor ihm. Und dann hat er ja erst das Lichtschwert in der Hand und zögert erst, das anzuzünden oder zu aktivieren. Und dann entscheidet er sich aber doch um. Und dann steht Vader einfach hinter ihm reglos. Und du hörst, wie Vader sein Schwert wieder einzieht. Und Obi-Wan rennt halt so richtig unbeholfen von ihm weg. Und wie dann auch das inszeniert ist, also wie er dann doch, um da überhaupt was sehen zu können, weil das ist ja, das sieht ja fast aus wie eine Müllkippe eigentlich oder so, zieht er sein Lichtschwert und auch wie die Kamera um ihn rum, das ist wirklich fast wie in einem Horrorfilm. Und wie dann Vader auch aus der Dunkelheit kommt, in dieser schwarzen Rüstung, mit diesen Leuchten. Wirklich, da ist mir wirklich bewusst geworden, warum hat man Vader eigentlich nicht mal so inszeniert? Wirklich als so eine, ich meine, wie der auch hinter ihm herkommt, das hat ja fast schon was von Michael Myers gehabt. Also fand ich grandios. Also es war schon sehr, sehr, es ist gruselig. Absolut. Ja, ich habe eine Frage, vielleicht habt ihr da mehr Ahnung als ich. War dies, also ich vermute, es war sein eigenes, aber war es sein eigenes Lichtschwert, das er hier gezückt hat? Oder war es Anakin's Lichtschwert? Kann man sich voneinander unterscheiden? Ja, die hatten ja beide in der Truhe drin. Aber die sind beide blau. Ich habe extra noch mal die Farben gegoogelt, weil ich mir nicht ganz sicher war, weil ich weiß, dass Anakin zwischendurch auch mal ein grünes, glaube ich, hatte. Aber also die waren aber beide blau. Und er hat ja nämlich aus der Box sein Lichtschwert rausgeholt und das von Anakin. Und er hat ja beide Lichtschwerte an sich genommen. Also ich vermute zwar, das war jetzt seins, aber wäre es nicht krass symbolträchtig gewesen, wenn es Anikens gewesen wäre? Aber bist du dir sicher, dass er beide rausgenommen hat? Ja, ja. Er holte aus dem Sand ja diese Kiste raus und da waren beide Lichtschwerte drin und da haben auch beide raus. Also vielleicht kriegen wir ja später noch einen mit Anikens Lichtschwert. Aber da habe ich kurz gezögert, weil ich nicht genau wusste. Aber okay. Also ich vermute mal, wenn das nicht weiter besprochen wird oder angeteasert wird, dann war das auf jeden Fall sein eigenes Lichtschwert. Also man sieht ja dann auch später, wie es, also auch wie er es in der Hand hält, in der einen Szene, die ich gerade erwähnt hatte, da siehst du schon, dass das nicht Anikens ist. Anikens ist glatter, glaube ich, gewesen. Das hier, das ist so, also der Griff sieht einfach anders aus. Ja, es ist dann ja, glaube ich, hier auch der Moment, wo Obi-Wan dann wirklich ihn offen anspricht oder nee, Vader dann einfach nur so trocken meint, oh ja, also die Jahre haben euch schon ordentlich zugesetzt, ne? Und dann ist ja Obi-Wan eigentlich so völlig entgeistert und meint so wirklich so direkt geradeaus, was ist eigentlich aus dir geworden? Na? Ja, und er ... Ja, und dann kommt natürlich die entsprechende Antwort. Übernimmt natürlich nicht die Verantwortung für all seine Taten. Nein. Genau. Das, was du aus mir gemacht hast. Genau, ich bin das, was du aus mir gemacht hast. Also es ist, alles sind schon zwei sehr, sehr, also es ist schon sehr, dafür, dass sie nicht so viel miteinander reden, ist es unheimlich bedeutungsschwer alles. Ja, ja, ja. Vor allem denke ich mir dann auch, also jetzt gerade beim Kampf, man muss ja bedenken, dass das arbeitet Episode 3 eigentlich auch sehr interessant draus. Sie müssen mal so drauf achten, wie Anakins Kampfstil sich ändert, als er Vader ist da auf Mustafa bei dem Duell. Der ist sehr viel brutaler und bewegt sich auch ganz anders. Und du musst ja bedenken, der hat den ja auch im Lichtschwertkampf trainiert innerhalb dieser Ausbildung. Das heißt, der hat zig Male gegen den gekämpft. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar in der Körperhaltung, wie Vader ihm gegenüber tritt, dass er da vielleicht sogar noch versucht, irgendwie was Vertrautes wiederzuerkennen oder sich an irgendwas zu erinnern. Aber da ist ja nichts mehr übrig für ihn. Ja, ja. Ja, es kommen halt alle Puzzlestücke zusammen. Er erfährt, dass Anakin noch lebt. Er sieht ihn brutal die Macht missbrauchen an unschuldigen Personen. Er sieht die ganze Präsentation, wie er da eben jetzt zum Kampf kommt. Er sieht das rote Lichtschwert. Und die Kommunikation des Ganzen, also der Höhepunkt des Ganzen ist eben dann jetzt dieser Kampf, der natürlich für Obi-Wan wirklich schlecht aussieht. Also Obi-Wan macht eine schlechte Figur. Und nicht nur, dass er einfach ungelenk ist und irgendwie auch nicht so richtig reinkommt in die ganze Geschichte. Er vergisst auch total, dass er sowas wie die Macht ja benutzen könnte. Und Vader ist ja derjenige, der da dran denkt, der also einfach Dinge zum Fliegen bringt und auf ihn draufschmeißt und eben ihn selber auch dann in der Luft hält und stranguliert. Das sind ja typische Sachen oder Kniffe, die man in so Kämpfen sieht und die hier ja nur Vader macht und eben nicht Obi-Wan. Ja, weil er kein Vertrauen mehr in die Macht hat irgendwie. Oder die Verbindung einfach fehlt. Ja. Genau, richtig. Ist eingerostet, wortwörtlich. Und dann natürlich aber auch hier, apropos Szenen, die sich spiegeln. Es gibt ja dann eben, also Obi-Wan ist ja dann, ja, also hängt da in der Luft halbstranguliert. Dann lässt er ihn ja zu Boden fallen und in der Mitte steckt er dann, ich weiß gar nicht, was da verschüttet wurde. War das Öl oder was? Also irgendwas ist da verschüttet worden, dass er ja dann ansteckt. Das heißt, auf der einen Seite steht Vader, dann haben wir diesen Feuerteppich in der Mitte und auf der anderen Seite ist Obi-Wan Kenobi und den hat er ja mit der Macht, hat Darth Vader ihn ja unter Kontrolle und dann lässt er ihn da über diesen Feuerteppich, quasi in den Feuerteppich reinfallen und sagt ja zu dem auch, du sollst leiden. Wie ich gelitten habe. Ja. Genau, also wie ich gelitten habe, sagt er nicht, aber das ist das, was wir alle gehört haben. Er sagt nur, du sollst leiden, Obi-Wan Kenobi. Und wir alle haben den zweiten Satz gehört, so wie ich gelitten habe. Denn im Grunde rächt er sich halt hier natürlich an Obi-Wan. Und will ihn genau das Gleiche durchleiden lassen, was er durchlitten hat, nämlich einfach Bailey Benning im Leibe zu verbrennen. Also es ist ja wirklich auch ein schlimmer Tod oder schlimme, schlimme, ja, viele Geschichte. Vor allem ohne Beine, ne, also. Ja, 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 ja. Und jetzt kommt eben die, jetzt kommen wir zurück auf diesen Satz, der ja den Thaler ja gesagt hatte über den Loader, also über diesen Androiden, der nicht sprechen kann. Sie sagt, Taten sprechen mehr als Worte. Denn jetzt ist die Rettung, kommt dann in Form von Thaler, die sich von Leia getrennt hat. Die beiden sind also übereingekommen, dass Leia alleine weiter den Gang laufen kann, während sie eben Obi-Wan Kenobi versucht zu retten. Da waren die beiden sich dann einig. Und das macht sie jetzt. Also sie geht dann dazwischen mit ihrem Blaster und der Loader zieht dann Obi-Wan aus dem Feuer und rettet ihn damit. Und Darth Vader geht dann auch wirklich, also sagt, okay, ich habe jetzt erst mal keine größeren Chancen, ich gehe dann wieder. Und da kann man sich natürlich fragen, warum zieht er jetzt einfach, warum geht er jetzt? Und ich glaube, ich glaube, dass er das macht, weil die absolute Rache, die er an Obi-Wan Kenobi möchte, ist eben genau die, dass er genauso leiden soll, wie er das getan hat. Und diese halbe Sekunde da im Feuer, das ist nicht die Art von Rache, die er möchte. Und natürlich, klar, hätte er sich jetzt an dieser Stelle durchsetzen können und hätte sagen können, ich habe hier tausendmal mehr Soldaten, ich rufe die jetzt oder ich mache hier alle mit der Macht platt. Klar, das hätte er machen können. Aber das wäre nicht die Art von Sieg gewesen, die er gewollt hätte. Und deswegen vermute ich, dass er einfach sagt, okay, wir werden uns noch ein weiteres Mal treffen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich lasse dich jetzt hier ziehen. Der Punkt geht an dich. Und dann warte aber ab, bis wir uns wieder treffen. So habe ich das interpretiert. Ja, ich durchaus auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Obi-Wan in dem Moment, als er wirklich merkt, es geht hier Auge um Auge, Zahn um Zahn, das könnte sogar etwas sein, was er von dem Anakin, den er mal kannte, eventuell jetzt in diesem Vader-Albtraum wiedererkennt. Erkennt, weil Anakin hat durchaus immer nach dieser Devise gehandelt. Wenn man sich zum Beispiel erinnert, die Tusken haben seine Mutter getötet, also tötet er die Tusken. Und auch die Frauen und Kinder. Der hat immer so gehandelt, auch schon in der Clone Wars-Serie. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Charakterzug Obi-Wan sehr vertraut ist an der Stelle. Ich weiß gar nicht, hat man eigentlich schon mal so jemals Vader in dieser Rüstung vor Feuer stehen sehen? Nein, ich glaube auch nicht. Weil von all den wirklich guten Shots, die es von ihm insbesondere in dieser Episode gab, hat der für mich am meisten herausgestopfen. Diese totale, wenn er da stand mit dem Feuer, das ist ein zukünftiges Poster- und Bildschirmschoner, sage ich dir. Das wird sehr, sehr beliebt werden. Ja, und natürlich auch diverse Teufelspräferenzen und so. Also da wird einiges zitiert. Und dann auch die Spiegelung des Feuers halt in seinen Augenlinsen. Das ist meine Güte. Also das hat schon etwas. Wobei viele halt die Szene dafür kritisieren. Also das fand ich ja auch cool, dass er dieses Öl mit seinem Lichtschwert anzündet und dann ein Feuer entfacht damit. Und ja, viele fanden es dann halt so komisch. Also erst lässt er Obi-Wan leiden und dann kann er aber mit der Macht das Feuer löschen. Aber später kann er denn dieses Feuer nicht mehr löschen. Das fanden halt viele so komisch, glaube ich, an der Szene. Moment, habe ich das übersehen? Wo konnte der denn mit der Macht das Feuer löschen? Also er entzündet ja erst dieses Feuer, lässt den leiden und zieht den auch, zieht den auch mit der Macht. Also wie vorhin auch diese Dorfbewohner, zieht den durch das Feuer. Und dann bringt er es aber zum Erlöschen, damit seine Soldaten sich Obi-Wan krallen können. Und dann kommt erst hier Thala dazu und schießt irgendwie auf wahrscheinlich so einen weiteren Behälter und entfacht da mit erneutem Feuer. Und zwar ein deutlich größeres. Okay, das mit dem Erlöschen habe ich irgendwie übersehen. Okay. Weil die sollten ihn ja holen. Ja, also, dann nennen wir es vielleicht einfach Plot-Convenience. Ja, es ist Plot-Convenience. Ja, ich fand das auch ein bisschen komisch. Hier ist halt auch wieder so ein Schrott wie Vader irgendwie so ins leere Start. Und der hat ja eigentlich auch keine Mimik, was ihn ja auch schon unheimlich macht. Und wie er da vor Feuer steht, ey. Das ist einfach ... Warum ist noch keiner auf die geile Idee gekommen, Vader mal vor eine Feuerwand zu stellen? Ja, das hast du ja auch relativ wenig gehabt. Na gut, wir hatten ja Lava. Wir hatten schon Lava. Aber es sieht geil aus, Punkt. Aber Vader ist eh die Ikonografie, die ist halt ... Ja, die holen da ... Aus der Ikonografie holen die in dieser Folge wirklich alles raus mit ihm. Ich weiß nicht, ob die das in den nächsten Folgen noch toppen können, was die hier für coole Shots mit ihm abnehmen. Ja, vor allem, dass wir ... Ich meine, gut, da kann man natürlich dann auch noch mal jetzt vielleicht dann insgesamt bei der Folge so drüber nachdenken, dass wir jetzt so früh, also auf der Hälfte ... Im Grunde ist es ja eigentlich fast ein Mid-Season-Finale, dass wir an der so früh jetzt eigentlich schon Vader bekommen haben. Weil ich hatte ja eigentlich was anderes vermutet. Wir müssen aber noch was anderes kurz aufarbeiten. Nämlich Reaver hat sich ja so auf die Spur von diesem Netzwerk begeben und findet dann auch relativ schnell diesen Gang. Und ja, das ist dann so der Cliffhanger der Folge. Denn Leia hetzt erst durch diesen Untergrundtunnel und läuft dann mehr oder weniger Reaver in die Arme, die ab hier jetzt übernehmen wird. Und genau, der letzte Schwenk ist dann eben auf den Toten, auf dem Boden liegenden Piloten. Und das fand ich einen sehr schönen Kamerawinkel, einfach um auf diesem Schritt aufzuhören. Also diese Reaver, die da eben so als Schattenfigur an der Seite halt eben steht. Und dann eben dieser tote Pilot. Und Leia im Hintergrund, die dann aber Gott sei Dank schnallt, dass da was nicht stimmt und sich versucht, aus dem Staub zu machen. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Cliffhanger hier tatsächlich. Also ich finde ihn spannend genug, damit ich zufrieden war mit diesem Ende. Und ja, mal gucken. Also die ganze Leia-Geschichte geht jetzt doch länger, als ich vermutet hätte. Ich hatte ja jetzt gedacht, dann gut, in drei liefert er sie dann nach ein paar Schwierigkeiten vielleicht ab und gut ist. Aber nee, offensichtlich geht das noch weiter. Ja, ich hab halt so die Frage, ob wir, also jetzt mal ernsthaft, ich mein, sie haben ja Luke auch neu gecastet und alles. Aber ob wir so wahnsinnig viel noch von dem sehen werden, ich weiß es nicht. Ich glaub's langsam auch nicht mehr. Du meinst den jungen Luke? Ja, genau. Ich glaube auch. Nein, weil ich glaube es nicht. Ich vermute, weil man da zu viel Probleme hätte mit dem Kennen. Also man konzentriert sich, denke ich, absichtlich auf Leia, weil wir über Leia einfach nichts wissen. Wir wissen, sie ist als, also bei den Organas aufgewachsen, aber mehr wissen wir auch nicht. Und sie ist, was ist sie? Senatorin? Prinzessin? Prinzessin ist sie ja? Also man, aber man weiß nichts. Und man hat da sehr viel mehr Leerraum, den man füllen kann. Bei Luke, glaube ich, gibt es viel zu viele Probleme mit dem Kennen und Dinge, die man kaputt machen könnte. Vor allen Dingen, weil er, glaube ich, auch etabliert ist mit Episode 4, dass da kein Kontakt war. Deswegen bietet sich Leia da ja an. Also ich glaube nicht, dass wir, wir werden Luke vielleicht nochmal von Weitem zu sehen zu kriegen oder so, aber da glaube ich nicht, dass da nochmal was kommt. Und das war aber auch ein schöner, wie sagt man, Dread Haring für die Fans, weil ich habe, wie gesagt, auch nichts davon mitbekommen, dass eine junge Leia auftauchen könnte. Das war eine schöne Überraschung, die für mich auch ganz gut funktioniert hat. Ich habe mich auch sehr gefreut tatsächlich in der ersten Folge, also allein schon halt, um Bail Organa wiederzusehen. Also da hat man halt wirklich ich war auch nicht mitgerechnet. Ich meine, Jimmy Smits tauchte ja auch schon auf in Rock One, aber dass er denn hier jetzt nochmal aufkreuzt, hätte ich wirklich nicht erwartet. Ja, wir sind tatsächlich durch mit der Folge. Meine Güte. Ich wollte noch eine kleine Sache anmerken, weil du gesagt hattest, es war überraschend, dass Darth Vader hier in der dritten Folge schon auftaucht. Ja, das fand ich auch. Aber da hatte ich ja schon gesagt, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drum gemacht. Also wir kriegen ja eine klassische Heldenreise des Protagonisten Obi-Wan Kenobi. Ich meine, die Serie heißt Obi-Wan Kenobi. Also wir kriegen eine klassische Heldenreise und dazu gehört eben auch, dass der Held scheitert. Und er scheitert und dann rappelt er sich wieder auf und wird am Ende in die gleiche Situation zurückgeschmissen und dann scheitert er nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier kriegen. Wir kriegen eben diese Entwicklung des Obi-Wan Kenobi desillusioniert und traumatisiert, der eben durch dieses Abenteuer mit Leia dazu gezwungen ist, sich seiner Vergangenheit, seiner Schuld und seinen Geistern, die ihn verfolgen, tatsächlich in Form von buchstäblich Darth Vader zu stellen und damit eben auch seine Traumata aufzuarbeiten. Und das wird uns dann eben als Zuschauer am Ende gezeigt, in dem es zu einem zweiten Konflikt mit Darth Vader kommen wird. Ich meine, wir wissen, es wird definitiv kein, also es wird nicht der epische Endkampf sein, denn den kriegen wir ja in Episode 4. Ja. Also deswegen, den werden wir, glaube ich, nicht bekommen. Also es kann nicht so sein, dass wir einen Kampf sehen, bei dem es am Ende einen klaren Gewinner oder Verlierer gibt. Denn, wie gesagt, Episode 4. Ja. Aber, aber ich denke, das ist, was man definitiv erwarten kann und voraussehen kann. Also ich glaube nicht, dass da, also das ist meine Vermutung. Ich denke schon, dass das sehr, sehr vorhersehbar ist. Wenn die jetzt was anderes machen würden, würde mich das sehr überraschen. Und deswegen hast du hier schon Darth Vader bekommen, weil du hier nämlich eben dieses Scheitern des Helden brauchst, um dann darauf aufzubauen. Und deswegen passt es auch gut, dass es in der Mitte ist, weil du ja dann noch drei Episoden Zeit hast, um ihn neu zu etablieren. Da ist natürlich was dran. Ja, nee, das stimmt schon. Das passt schon relativ ins Bild. Ich muss ja auch sagen, also ich war ja, hatte man ja auch rausgehört in der ersten Folge, ich war ja skeptisch. Also ein Aufeinandertreffen zwischen Vader und Obi-Wan, es musste kommen. Aber ich muss sagen, es gefällt mir hier wirklich vor allem halt, wie abgetakelt Obi-Wan ist. Und dass er wirklich halt, ich musste tatsächlich auch, wo du es jetzt sagst, wo das ähnlich ist, ist zum Beispiel auch bei The Dark Knight Rises. Da trifft ja Bruce Wayne auch so in der Mitte des Films auf Bane und wird, auf Deutsch gesagt, wirklich auseinandergenommen. Und am Ende des Films trifft er halt nochmal auf Bane und ist dann halt aber wieder auf der Höhe. Und da ist ja, also Bruce Wayne ist ja da auch ziemlich abgekämpft und auch überhaupt nicht gut in shape. Es ist eigentlich ähnlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es ist ja eigentlich auch die klassische Heldenreise an der Stelle. Das passt schon sehr gut ins Bild, was du meinst. Christopher, was meinst du denn insgesamt zu der Folge? Ja, es steigert sich und steigert sich. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir in der Mitte schon diese Konfrontation haben. Aber wenn es die einzige Konfrontation bleibt und wir kriegen kein Re-Re-Re-Match zum Staffelfinale, dann bin ich damit auch einverstanden. Weil Obi-Wan Kenobis Reise hier endet mit Darth Vader in Episode 4, aber sie kann hier eben einen anderen Weg einschlagen. Und es geht um ihn und dass er sich wieder fasst. Da bin ich auch bei. Insgesamt, ja, nochmal einen Ticken besser als die letzte Folge, würde ich sagen. Und ich bin gespannt auf alles weiter. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Also die ganze Serie pendelt bei mir auf so einem grundsoliden Niveau, ist jetzt nicht überragend, aber ich finde es tatsächlich unterhaltsam und es sind auch viele, viele Aspekte, die mich zum Nachdenken anregen. Vieles, was ich auch so unter Disney mir nicht hätte vorstellen können. Man merkt, an welchen Stellen da irgendwie rumgeschrieben wurde und wo nicht. Aber es funktioniert für mich und ich muss auch sagen, für mich ist es die bislang beste Folge dieser Staffel. und es ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass jetzt schon die Hälfte dieser Serie rum ist. Aber ich freue mich trotzdem darauf, wie es weitergeht und ich würde sagen, Britt-Marie, du hast das letzte Wort an der Stelle jetzt. Ihr habt alles schon gesagt, was ich auch sagen würde. Grundsätzlich erfindet die Serie Star Wars definitiv nicht neu, aber das, was Star Wars ist, nutzt sie wunderbar und deswegen macht sie mir Ich würde sagen, sie erfindet Obi-Wan ein Stück weit neu, beziehungsweise bei Ewan McGregor gelingt es irgendwie, der Figur Schichten hinzuzufügen. Genau, also ein bisschen ein anderes Licht auf bekannte Motive. Okay, dann sind wir tatsächlich durch. Ich bin gespannt, wie das hier am Ende rauskommen wird. Ihr werdet es ja dann hören. Auf jeden Fall hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Britt-Marie, gerne wieder. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns bei der ohne halbstündigen Rant über Fanboys und Sausage-Partys. Den gibt's vielleicht, der ist vielleicht rausgeschnitten. der wird vielleicht rausgeschnitten oder als Sonderfolge. Nee, war sehr, sehr cool. Schön, dass du da warst. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Danke. Vielleicht, weiß ich nicht, wir machen wahrscheinlich eh in der Tradition der Marvel Recaps machen wir wahrscheinlich auch eine große Abschlussbesprechung. Mal gucken, ob wir dich da vielleicht nochmal ranholen, wobei, dann geht's wahrscheinlich um die vier Stunden. Dann ist die Vorgabe halt zwischendurch mal die Klappe. Ach, alles gut. Ich finde das wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, Christopher und mich hört man ja nächste Woche wieder. Wem wir dann im Gepäck haben, wird sich zeigen. Ansonsten ganz altmodisch und gehabt, möge die Macht mit euch sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank.